Ja, ne? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Rough-Stream. Man sieht, wir sind auf einer komplett anderen Insel. Ich hab seit dem letzten Steam ein bisschen was gefarmt, ein bisschen Sachen gekocht. Akaya hab ich so grundlegend ein bisschen schon vorher aufgeklärt, zumindest über Chat-Nachrichten. Ich weiß nicht, ob du die noch im Kopf hattest, weil die so ein paar Wochen alt sind. Ja, so ungefähr. Ja, du hast halt einmal alles gemacht. Ich hab halt wirklich alles verkocht, was irgendwie kochbar war. Und ich habe auf jeden Fall sehr viel gekauft, äh, gefangen, beziehungsweise in der Richtung, äh, für den Händler hier. Dass wir uns direkt den nächsten Handelsrang holen können. Yay, ich mag Moneten. Also das sind mehr als genügend Fische. Ich hab über 20 gefangen. Ich hab viel, äh, schon mal da reingetan, damit wir direkt einen vor dem, äh, nächsten Rang sind. Ich weiß aber nicht, ob sich das bei dir überträgt. Zur Not, ich skipp sowieso mehr als 5 Fische. Meine Spielversion stimmt nicht mit deiner überein, heißt es. Die Insel, wo wir dann jetzt auch gerade dann starten, äh, heute, die hab ich auch schon relativ fertig erkundet. Ich sag relativ, weil ich nicht aus dem Wasser alles geholt habe. Aber, äh, ich würd' sagen, das kann man sonst auch wenn anders irgendwann machen, auch in einer anderen Insel. Ach ja, ich hab auch noch Tiere ein bisschen gefangen. Das siehst du aber sofort. Akai, musst du mich während des Farmings auch einmal retten, äh, nebenbei? Lass mich arzt, ich bin durch, heißt es, ja. Hm? Also, wir haben jetzt 4 Ziegen, 2 Lamas und wir haben 3 Hennen. Und wir haben jetzt auch ein Gericht, äh, meine ich, das jetzt Eier beinhaltet. Ja, hier. Wir haben jetzt nämlich den Topf Sushi. Den hab ich rein zufällig gefunden, als ich gegraben habe. Ah ja, Topf Sushi. Entweder 2 Lachse oder 2 von diesen komischen Buntbärschen. Ein Ei und eine Silberalge sind dat. Dazu kann ich ja sagen. Ja. Warum Ei? Warum Ei in Sushi? Wo ist der Reis? Frag mich nicht. Den Eis, den, äh, den Eis, sag ich schon. Den Reis, den zaubern sie einfach dazwischen, oder? Den Reis, den zaubern sie einfach dazwischen, hab ich recht. Kann sein. Also, ich habe 35 Fische gefangen, die man jetzt abgeben kann. Das sollte locker reichen, um auf den letzten Rang eventuell sogar zu kommen. Dass wir einfach alle beide Ränge jetzt hier abgeben können. Ich hab selbst den Müllwürfel auch geholt. Und weil ich genügend Müllwürfel nebenbei hatte, hab ich uns mal den Schrank besorgt. Weil du dein Outfit anpassen willst. Ach ja, guck mal, äh, über unsere Betten. Die hab ich rein zufällig ausgegraben. Sie stehen nicht ganz mittig. Wie willst du das erklären? Sie wollten nicht. Ich wollte all den Heiligen, äh, Gott, den sie, äh, vergöttern, äh, nicht beleidigen. Ach ja, ich hab auch noch ein paar Motoren gemacht für die Zukunft. Wir haben jetzt vier. Aber sie sind in der Bank. Das wird wohl auch reichen. Du kannst auch direkt hier, äh, sehen. Hier ist, äh, Rotzeug, die Kiste, die ich die ganze Zeit öffne. Und hier ist gekochtes. Und wenn du bei gekochten reinguckst, siehst du, dass ich fleißig war. Ja, ich nehme mir da mal was mit. Ich wollte auch schon ein paar Wiesen vorbereiten. Damit wir die ein bisschen aufteilen können. Oder denen zumindest ein bisschen mehr Platz bieten können. Weil da sind ja mittlerweile recht viele. Ich hätte gerne noch zwei von den Lamas tatsächlich. Weil du brauchst so zweimal Wolle abgeben und kriegst einen Müllwürfel. So, aber ich würde sagen... Wir geben jetzt mal endlich die, äh, Fische ab. Bevor wir unsere heutige Story-Mission machen. Übrigens eben kurz im OBS gucken. Ja, alles in Ordnung. Eventuell desto auch ein bisschen leiser. So. Äh, ich nehme auch mal die Müllwürfel mit. Und die eine Münze. Also ich hab versucht, so einiges dazu, äh, sortieren. Wir haben jetzt auch eine zweite Honigwabe. Tatsächlich muss ich kein weiteres Feld bauen. Äh, reicht offenbar so. Ne, zweite Honigwabe. Ah, ja. Wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt nochmal, äh, Honig-Farm. So, und jetzt sollten wir eigentlich gleich zwei, äh, Erfolge bekommen. So, warte, ich, äh, ich, äh, ich leg's dir hier auf die Treppe. Und sieben verkaufe ich selber. Sicher ist sicher. So, wir kriegen dadurch Handelsmünzen. Und wir haben jetzt Rang zwei. Ich kaufe mal direkt den einen Job. Drei dauert's viel zu lange. So, und, ähm, äh, wofür ich auf jeden Fall wäre, dafür kannst du mir, wenn du, obwohl ich geb dir die Handelsmünzen, dann kannst du nämlich die ganzen Baupläne da mal kaufen. Ich geb dir auch mal sicher zwar die Müllwürfel. Die liegen beide da. Die Müllwürfel brauch ich so oder so dafür. Ja, dann kaufen wir die ganzen Bauflächen. Was davon soll ich holen? Ich glaub, wir können uns alle drei leisten. Ach, Rang zwei meintest du. Hm, unter Rang zwei sind die. Aber verkauf erstmal die ganzen Fische. Hab ich schon. Um Gottes willen. Warum braucht man von Rang zwei auf drei? Dreitausend. Äh, wenn noch Müllwürfel übrig sind. Ich bin down. Der Vogel hat mich totgeschissen. Ich wollt sagen, wenn noch Müllwürfel übrig sind, dann kauft die fortgeschrittenen Angelköder, dann angel ich unterwegs, wollte ich sagen. Es werden keine Müllwürfel übrig sein. Ich kann nicht mal alle kaufen, weil das sind sechs pro Teil und ich hab nur noch zehn. Und ich hab gerade mal einen gekauft. Ja, ich muss gerade ein bisschen safe spielen. So ist irgendwer von euch bereit, geschert zu werden? Ja, alle, beide sogar. Also ich hab so gut versucht, wie möglich das aufzuteilen. Also hier alles, was irgendwie Schmelze ist. Ich hab ein bisschen Seetank. Das kann man auch hier reinschmeißen. Wird das tatsächlich auch ganz gut. So, da werden schon mal ein paar Müllwürfel gemacht. Ich hör eine Müllwürfel. Ach ja, geh im Übrigen lieber auf die Rüben als auf die Kartoffeln. Wir haben momentan kein Rezept, das speziell Kartoffeln benötigt. Aber wir haben welche, die Rüben speziell benötigen. Deswegen sind Rüben gerade wertvoller. Aber Kartoffel ist Senpai. Ja, aber Rüben ist wertvoller. Ach ja, und was Praktisches, was du auch machen kannst. Du kannst dir im Prinzip einen dieser Milcheimer nehmen, einmal leer trinken und dann direkt wieder den Ziegen füllen. Das ist besser als jede Melone. Da hast du sofort die Wasserleiste voll. Und verschwindet der Eimer aber nicht dann wieder? Nö, der Eimer, der bleibt. Der ist dann nur leer. Du kannst unendlich auch dort dir das Trinken aufbessern. Du gehst sogar über die Maximale. Aber nicht viel. Und die Ziegen haben auch einen Cooldown. Ja, aber du brauchst es ja nur einmal machen und schon bist du voll. Nee, also ich war ein Drittel leer. Also bei mir hat es ja immer voll gefüllt. Und ich meine den Felsen da. Also in der Richtung da. Wo ich jetzt gerade hingucke. Du brauchst nur da hinterstehen und der Heil kommt nicht mehr. Da die KI ist echt merkwürdig. Wenn du willst, kannst du noch einkaufen gehen. Ich mach hier gerade Müllwürfel. Ich will die Müllwürfel aber halt direkt denn auch mitnehmen eigentlich. Ja, für die Anbau-Dinger. Weil ich kann nur eins gesagt, jetzt noch kaufen. Du hast beide Teile direkt erforscht, ne? Wo sind denn diese fortgeschrittenen Anbauflächen? Ich hab nur einen Teil erforscht, weil ich nur eins kaufen konnte, weil mir dann der Vogel auf den Kopf geschissen hat. Ich hab dir mal nicht 17 Würfel gegeben. Nein, 10. Ach ja, ich hab ja auch hier das Rezept gekauft. Ich erinnere mich. Was braucht man überhaupt für diesen Eintopf? Äh, vergiss es, wir haben jetzt doch ein Rezept, was Kartoffeln braucht. Ich hab das Rezept vorher nicht gesehen. Äh, wir brauchen Wacholder dafür. Das hab ich schon im Shop gesehen, dass es das ist. Weißt du, Müllwürfel haben willst? Hier ist gerade einer. Einer ist nicht genug. Ich geh jetzt erstmal noch einmal das zweite Rezept holen von dreien. Ja, kannst du machen. Verdehne ich auf. Ach ja, und nur, äh, falls wir hinterher mal färben wollen, hab ich auch schon mal das Färbeding aufgestellt. Und dafür auch mal eine Kiste direkt daneben gestellt. Ich bezweifle, dass wir irgendwie färben, weil wir betrachten es beide als unnötig. Ja, und falls du mal Bock drauf hast, hab ich's da hingestellt. Wo sind denn jetzt diese fortgeschrittenen Anbauflächen? Ich such die gerade hier drin. Hör auf mich an, äh, mit deinen komischen Steinen abzuwerfen. Die fortgeschrittene Große hast du geholt. Muss man das vielleicht mit dem Bauhammer machen? Stell mich mal hier unter und guck durch. Oder man upgradet einfach die Große. Ja, aber wie? Ich, ich, ich find ja das Rezept nicht mal. Muss ich einfach eine, eine große Anbaufläche nehmen und die in die andere stellen, oder? Was genau will man jetzt gerade von mir? Wo ist die denn? Bei mir wird die nicht mehr angezeigt. Die ist oben bei Nahrung, Wasser, Anbauflächen direkt neben der Wiese. Äh. Ich glaub, die können wir sogar herstellen. So. Nägel und Bolzen. Dann will ich noch Planken und Seile. Und glaub mir, wir haben Planken. So, packe ich das einfach drüber? Nee, das ist eine komplett neue. Aber die wird kleiner. Okay, das ist praktisch. Also, die wirken auf den ersten Blick so. Warte, ich muss die erstmal aufstellen. Ja, also ganz kleines bisschen. Wirklich so ein Millimeter. Also, die nimmt ein bisschen weniger Platz weg. Dann bringt's nicht so viel. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Dinger schneller wachsen. Kann ich euch wieder eures Fels berauben? Ja, kann ich. Zumindest den einen. Ja, wir brauchen noch sechs weitere Müllwürfel. Ja, wir brauchen einfach ein bisschen Wolle eben, kurz farben, dann geht das. Ich muss eben kurz Batterien austauschen. Wir können ja einfach direkt schon mal uns auf den Weg zur nächsten Story-Insel machen, weil wir behalten den Kram. Also, die Rezepte sind ja immer die gleichen, die der Händler verkauft. Ja, vom Prinzip her können wir die auch später holen. Das stimmt schon. So, wenn du los willst, können wir los. Ein Müllwürfel wäre bereit. Müllwürfel-Kiste ist übrigens hier hinten die. Ich habe uns auch mal den Kompass geholt. Ich hatte einfach genügend Müllwürfel übrig. Jetzt kannst du sehen, wo Norden ist. Nicht, dass man das extrem weiterhelfen würde aktuell, aber... Ey, wenn wir so eine Inselkarte haben, hilft das schon. Dann kann ich sagen, ich liege im Norden. Ich höre dich doch! Ich höre dich, du Arsch! Ja, die Regeln hier, die vier, die hässlichen, die waren eine Notlösung, weil ich keinen Motor zu dem Zeitpunkt hatte. So, die Story-Insel sind genau in gegengesetzter Richtung. Das heißt, wir müssen einmal komplett drehen. Hier, falls wir mal sehen, wie es wieder mit dem Kompass ist. Kann mir das schon vorstellen. Ja, der liegt hier. Falls du mal ausprobieren willst. Ich repare jetzt erstmal alles hier außen rum, umserhaft mal wieder. Dann denke ich, den Kompass mal in die Kiste. So, Müllwürfel und Handelsmünzen bitte auch hier in diese Kiste. Ich gucke gerade nur. Okay. Also mittlerweile haben wir verpasst. Alles ein Rezept, das ist was Gutes. Weg mit dir. Ziegel. Ich mache mal sicherheitshalber einen neuen Bogen. Ich habe auch meine Machete irgendwann nebenbei mal gecraftet. Ich habe auch eine eben gecraftet. Ja, halt einfach für den Fall, dass wir irgendwann mal eine brauchen. Ich habe mal auch einen neuen Bogen jetzt mal gemacht. Weil meiner geht gleich kaputt. Das steht schon fest. Ich habe auch einen fast kaputten Sperr. Also, du wirst auf jeden Fall nochmal einen zweiten Sperr brauchen. Je nachdem, wie haltbar deiner ist. Weil es gibt ja auch Gegner. Feindliche Gegner. Ja, hab eins. Ich packe auch mal die Machete ins Inventar und die Stirnlampe. Machete habe ich auch. Stirnlampe werden wir, glaube ich, nicht brauchen. So, die Kuppel ist ja eigentlich nicht zu übersehen. Ne. Wir müssen nur den Eingang finden. Und es ist schön, dass du jetzt auch endlich einen Avatar hast. Bei mir zumindest, der jetzt so ein bisschen mitredet. Ja, aber irgendwann werde ich nochmal einen selber machen. Ja, dann kannst du das ja aktualisieren. Das wird ja nicht von mir aus irgendwie gemacht, sondern über das Gift, was ich dir geschickt habe und auf der Seite gemacht hast. Bei den Blumen ist eine Möwe. Da ist ein Hässlund. Bei den Blumen ist... Ach, ja. Ich hab... Eher so von wegen... Bei der Herr Möwe ist eine Blume. So habe ich es gerade ungefähr verstanden. Wie kommen wir denn da rein? Wo ist denn da ein... Da ist irgendwo ein Eingang. Wir werden wohl rumfahren müssen. Okay. Ähm... Zur Not hol ich die Motoren raus, weil das wird eventuell mit dem Wind jetzt nicht klappen. Ich bin schon mal am Steuerrad. Ich denke mal, während wir auf der Insel sind, wird der Hai das Floß in Ruhe lassen. Ach so, auf jeden Fall. Weil ich hab dir ja schon gesagt, wie lächerlich die Reichweite ist, bis der Hai das Floß in Ruhe lässt. Unterhalb könnte... Könnte unterhalb von dem Teil was sein? Wie meinst du das? Ob unter der Insel eventuell so ein Unterwassereingang ist? Nee. Oder halt generell irgendwas unter der Insel zu finden ist? Links... Links ist der Eingang. Ich hab da gelbe Pfeile gesehen. Ja. Ja. Da rechts sind auch gelbe Pfeile, die nach rechts zeigen. Ich glaub, das ist generell... Ich glaub, der rechte Eingang ist näher. Ja, lass den einfach mal nehmen. Vielleicht kommen wir da ja rein. Warte, schon mal bereit hier fürs Ankern. Vielleicht müssen wir auch wirklich einen finden, wo das offen ist, oder eventuell wirklich gucken, ob wir Unterhörde schreiben müssen. Beziehungsweise... Nee, also ich weiß, dass man da nicht Unterhörde schreiben muss. Wir haben echt viel in den Fangnetzen gerade. Ich weiß. Aber der Eingang da sieht zu aus. Ich glaub, da kommen wir nicht rein. Einfach den Pfeilen folgen. Ja, die Pfeile zeigen in beide Richtungen. Du bist lustig. Ich weiß. Okay, in der Richtung komm ich nicht weiter. Folgen wir mal in der Richtung, falls das Floß es zulässt. Ich will mal nur ganz, ganz kurz gucken. Um Gottes Willen, geht die weit runter. Sie haben Fell! Ja. Herr damit! Misshandel sie. Ich will allein deswegen schon für die Müllwürfel mehr von den Lamas, ne? Ich meinst, zwei brauchen wir nicht. Ja, du brauchst nur zwei reinwerfen, Dreck, kriegst du Müllwürfel. Ich meinte, mehr als zwei Lamas braucht man nicht, hast du mir gesagt, weil die keinen Nutzen haben. Ja, weil wir ja damals nur an die Rucksäcke und so gedacht haben. Und Rüstungen, die wir noch nicht haben. Stadt, 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 Stadt. Eine Großstadt. Er ab anzuknippen! Aber könnte es nicht sein, dass wir eventuell diese Einteile hier brauchen, dieses Seilrutschengeschirr? Weil das haben wir ja jetzt auf der vorherigen Insel bekommen. Ja, ich glaube, da gibt es auch so ein paar Seilrutschen. Äh, da haben wir aber dann ein Problem. Wir können momentan nur eins herstellen. Ich hab doch selber auch eins. Wir haben beide eins bekommen für die Story. Ja, die nutzen sich ab. Und ich denke, äh, das reicht. So riesig, wie die Stadt ist. Das reicht, glaub mir. Geh mal, mach mal so einen Anker. Ich will mal gucken, ob wir so durch die Türen reinkommen können. Ich glaube nicht. Es sieht jedenfalls nicht so aus. Ich will es einfach mal ausprobieren. Habt ihr noch Wasser? Ja, hoch genug sind wir auf jeden Fall nicht. Äh, Hier krieg ich mal kurz einen Wassernachschub. Ja, okay. Ich fahr mal weiter. Ja, ich will ja nicht, dass die verhungern. Boah, der Blumeffekt von dem blöden Kraftfeld hier. Wobei das wahrscheinlich nicht mal ein Kraftfeld ist, auch wenn es aussieht wie ein Kraftfeld, ist es halt einfach nur Glas. Das sind einfach Hexagons in Hexagons in Hexagons. So, ich hab mal unsere Teile hier geleert. Eben kurz das Zeug rausgefischt. Warum sind hier rüben drin? Weil die kein Platz mehr hat. Dann packt die Leute in die Essenskiste. Dafür haben wir sie doch. da mümeln wir nicht die jetzt so weg. Da vorne sieht's aus, als ob da ein Eingang wäre. Jetzt wäre etwas weiter unten. Aber ich glaube, wir müssen echt auf einen Motor gehen. Wir kommen sonst nicht weiter. Mh-mh, wir kommen weiter. Und da ist auch der Eingang. Ich hab ja gesagt, folg dem Pfeil. Die Pfeile fühlen, die Pfeile fühlen dich hin. Okay, wir brauchen doch Motor. Wir treiben weiter weg. Sag ich doch. Wir haben vier davon. Wir können sie ruhig nutzen. Wir brauchen wahrscheinlich drei, damit wir den Motor betreiben, äh, das Ruff betreiben können. Und wir müssen aufpassen, dass der Heidi nicht wegknabbert. Das ist wenn er eines wegknabbert. Da stehen vier. So schnell ist er auch nicht. Ist aber teuer. Ich sag ja nur, dass er nicht so schnell ist. Die sind aber halt teuer, die Motoren. Ich bin durch das Färbeloch gefallen. Wie gut, dass wir stillstehen. So, zwei Motoren an. Es geht voran. Wie gesagt, vier Motoren sind an. Ja, und drei reichen. Wir kommen an unser Ziel. Das ist alles, was zählt. Ja, ich weiß. Können sie ja danach wieder abbauen. Das sollten wir auch machen. Nicht, dass es wie mit unseren letzten beiden Motoren endet. Dass der Heisen wegweiter den Gnehmel. Ich sag mal, es ist so, das Ding passt auf keinen Fall da durch. Ich weiß. Wir werden schwimmen müssen. Ja, komm, hier reicht. Nee. Nein, ich wollte da noch näher ran. Komm, die Strecke reicht. guck mal, wir knutschen doch noch nicht mal hier das. Hier. So, ich baue die Motoren wieder ab. Ich tue mal die Motoren zu dem Biokraftstoff-Ding. Ich habe auch ein paar Heilsäumen tatsächlich vorbereitet. Davon gebe ich dir direkt fünf. Nimm sie mal mit. Sind sogar die guten. Ich bin nämlich gerade schon drin. Nimm sie einfach mal mit. So. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht an Essen gedacht hast. Na doch. Also, ich habe noch drei Gemüsesuppen für mich. Sollte ausreichen. Ähm, okay. Was ich hier jetzt habe. Ich habe hier irgendwie gerade einen ziemlichen Fehler, was die Kartons und so angeht. Ich sehe die gerade einfach nicht. Wollen wir warten, bis es Tag ist? Ich würde sagen, egal. Rein da. Stirnlampe an. Ich bin ein alter Mann, ich brauche ein bisschen. Du bist eine Frau. Ich bin eine alte Oma. Lass mich. Du hast keine graue Haare. Gib mal jetzt rüber den Kram. So. Hier hast du mal fünf Smoothies und fünf Heilsalben. Smoothies? Die Heilsalben sind weg. Nein, die sind unter dem Teil. Die sind durchgeglitscht. Das Wasser hat sie mitgenommen. Weißt du was? Ich schmeiß sie ins Wasser. Da können sie nicht. Und die Smoothies waren eigentlich unnötig, weil ich habe selber eigentlich fünf Stück dabei. Ja, aber das sollte ja lang genug reichen, ne? So, wo wollen wir denn hin? Ich glaube, es wäre scheißegal, tatsächlich, um welche Jahreszeit hier reingehen. Äh, hast du keine Stirnlampe? Doch, aber ich nutze sie nicht. Ich sehe auch so gerade noch genug. Finde ich nicht. Also, ich sehe genug. Ja, du hast, äh, hier den, äh, äh, realistisch-Modus aus. Hier geht's direkt tiefer. Bisschen nach links gegangen? Okay. Wollen wir dann nicht erstmal, obwohl die andere Tür war eh abgeschlossen. Hoffentlich sind die nicht wieder. Da ist schon mal ein Revenger. Revenger? Oder wie auch immer die Dinger heißen. Ach, das sind die Wacken. Ja, die habe ich mit Sunny schon mal bekämpft. Die sind nervig. Aber die geben gut Fleisch. Und Pfeile von mir. Komm, die drei Pfeile sind jetzt nicht weiter schlimm. Na, dann erkunden wir mal. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Storage Area und zu den. Äh, hier geht's runter. Nochmal. Ich bin jetzt den, ich geh gerade nicht runter. Ich bin hier gerade auf dem Weg zu Storage Area und Generatoren. Guck mal, hier können wir uns gut absprechen, wer wohl liegt. Die Tür ist fast schlossen. Weil hier ist alles, äh, ausgeschildert, wo man hin will. Dann gehen wir doch erstmal. Das ist auch eine vernünftige Insel. Vom Loading Bay kommen wir, wir können nur hier lang. Ja, weil alle anderen Türen zu sind. Ich mach hier mal zu. Ich nehm mir erstmal die Machete, um die fertig abzunutzen. Warum springst du die einfach hier runter? Junge, zwei Hits von den Macheten und die Viecher sind tot. Die Macheten sind okay. Hat's mit dem Speer länger gedauert? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Ich hab drei Pfeile reingeschossen und du hast den Speer benutzt zum Steckchen. Also wir haben definitiv weniger Schaden gemacht mit dem Zeug. Also hat die Machete ja doch einen Witten und Nutzen. Abgesehen davon, dass man die halt für die Story braucht. Okay, ich würd sagen, wir gehen mal zu den Generatoren erstmal. Oder auch nicht. Wir erkunden den einfach separat. Okay, hier ist eine Tür, die ich öffnen kann zur Storage Area. Da geht's zu Generatoren. Vier Schläge hat's gebraucht. Also, hier ist wieder eine Tür von der anderen Seite verschlossen. Also müssen wir hier durch die Cafeteria? Nö, müssen wir nicht. Also, ich kann hier auch von der anderen Seite in die Cafeteria. Ich bin jetzt in der Küche. Kann ich das Feed schießen und mich einfach hier auf den Kühlschrank stellen? Also, ich hab nur zwei Hits gebraucht für die Ratte. Hey, Heslon, hier bin ich! Eins, zwei, okay, das ist ein größeres Vieh, deswegen braucht es mehr Hits. Das gibt es in unterschiedlichen Größen. Als ob ich auf die Größe achte. Junge, ich kann den Körper nicht looten, der glitscht zu sehr. geschafft. Äh, hier war eine Note. Okay, anscheinend gab es den Reaktor-Meltdown. Hm? Es geht ja auch direkt auf der Atomkraft. Hier ist ein Teil des Generators. Ich hab auch ein anderes Teil gefunden. Ja, das sind dann wieder so ein Story-Item, wo wir was einsetzen müssen. Hier ist noch ein anderes Teil. Da kommen wir aber nicht ran. Da geht's nicht weiter. Ich hab, hier ist von der anderen Seite verschlossen, hier geht's weiter. Sicher, dass hier keine Tür ist? Hier ist doch auch eine Tür. Das ist die Cafeteria, wo du gerade bist. Und da sind wir raus. Hallo, Ratty! Hier ist noch mal wieder ein Generator-Teil. Ratty tot. Äh, ich bin bei dem besagten Teil, von dem du gerade eben sprachst, ne? Den holst. Hab's schon. Siehst du es doch oben rechts? Hab ich gerade nicht drauf geachtet gehabt. Ich bin gerade einmal drum herum gegangen. So, bisschen nach links oder nach rechts? Ich bin beim Generator. Ja, durch die Tür kann man gar nicht. Nee, da steht Stowage Area. Ist die Tür doch offen? Äh, okay. Was sagen wir denn hier vor uns? Hier, hier oben ist halt der Generator. Oh, warum lässt du eine Planke liegen? Teil 1, 2 und 4. Generator läuft. Okay. Hier sind noch mal zwei Gegenstände, Kartoffeln. Oh! Hier sind noch mehr Kartoffeln und eine rote Melone. Ich hab'n roten Melonesmoothie. Ja, ich will auch Kran spielen, darf ich? Ich probiere hier gerade erst mal aus. Ah, du kannst, das ist wie dieses eine alte Spiel. Du kannst nur anliegend hier dran setzen. Darf ich Kran-Spiel spielen? Lass mich einmal ganz kurz. Ich muss, glaube ich, sowieso einer unten stehen und sagen, ob der das jetzt richtig macht. Hinten, da sind noch zwei Päckchen. mit Überresten, weg damit. Ja, ich kann Kran spielen. Also, den links davon, dass du nicht... Ich weiß schon, nichts mache. Siehst du denn von oben, was du zu tun hast? Ja. Bei mir sah das nämlich gerade eben nicht so aus. Und hier vorne hast du alles zugebaut. Ich sehe von oben, ich kann jetzt nichts mehr machen, weil du da drin stehst. Du darfst da nicht reingehen. Dann kann ich nämlich keine Teile mehr bewegen. Nein. Kannst du mal... Ach, hier ist eine unsichtbare Glaswand. Na gut, von Seen her sehen sie ja genauso viel, wenn ich das drücke. Ja, nur... Hm. Die roten Container sind halt die, wo man nicht durch kann. Ich würde den da einfach so schieben, dass du jetzt den blauen so kreisartig da drum machst. Das Problem ist, ich glaube, man braucht irgendwie die meisten von denen auf jeden Fall, damit man hier vorankommt. Ich gehe mir mal so lange eine Plantation angucken, was ich da hin kann. Nee, kann ich nicht. Da fehlt eine Leiter. Jetzt hier vor mir sehe ich auch gar nichts mehr jetzt gerade. Ja, du hast gerade... Du bist ein grüner Block. Hm? Du bist also ein grüner Block und... Die blauen sind in alle Richtungen. Ja, aber da unten willst du die nicht haben. Ich weiß. Aber ich muss hier auch irgendwie Blöcke aus dem Weg schaffen. Du müsstest den grünen einen runter schaffen. Da ist der Durchgang. Obwohl, eigentlich würde es ausreichen, wenn du den grauen und den blauen nach oben transparierst zwischen dem hellgrünen und dem dunkelgrünen da. Ach nee, was meinst du, was ich gerade vorhatte? Es sieht aber so aus, als ob hier direkt unter uns auch was wäre. Deswegen erstmal da hin. Ich gehe eben kurz da hin. Kannst ruhig oben bleiben. Äh, du kannst da noch nicht hin. Hattest du da nicht einen Durchgang? Nein. Äh. Wir müssen auch zu dieser Surface, äh, äh, Sache hier. Ich kann das von hier hinten ganz schlecht lesen. Wie neul der Mond. Surface aber erst mal, äh, du musst da vorne gucken, dass, äh, der Durchgang ist. Der gelbe blockiert nämlich. Man kommt gar nicht dahin. Was willst du noch alles von mir? Ich krieg hier auch nicht alles. Ein Roastbief, ein Hühnchen, eine Pizza. Mach's dir selber. Ich hab zwar eine Kochmütze, aber ich bin nicht Tränkoch. Schieb den doch nach oben und dann den Blauen dahin. Ich geh schon mal runter. Jetzt brauchst du nur den Blauen dahin schieben, dann kann ich durch. So, ich geh gucken. Ich kann den nicht down machen, weil du da wieder reingelaufen bist. Ja, ich dachte, er ist schon unten. So, ich geh gucken. Hier sind Akten im Koffer. Hier sind mehrere Achsen im Koffer. Mehrere Achsen? Koffer. Und Titanerz. Ach, hier ist nochmal eine Machete gratis. Schön. Okay, jede Menge Material. In den Nackenkopfern war auch nur Material drin und ein Erfolg. So, ich geh jetzt wieder hier raus und kannst du da oben weiter deinen Spaß haben. Wie gesagt, ist eigentlich egal, wer das macht. Gerätisch ist der Weg ja schon vorhanden. Ich muss da nur noch zwei Sachen richtig gehen. Du musst eigentlich nur die beiden nach oben schieben, das reicht schon. Also da war zwei Metallherz, ein Scharnier, ein bisschen Glibber und fünf Titanerz drin. Also jetzt nichts, was der Rede wert ist. Und halt die Gratis-Machete. Ich fote ein paar Eier. Eier sind übrigens kein Problem. Wir haben so viele Hennen, die so gut Eier legen. Nee, nicht den Gelben bewegen. Oder doch, so funktioniert's auch. Ich muss hier den roten Block hier runterkriegen erstmal, damit ich... Nee, man kommt schon durch. Wow. Ich wollte hier einen schönen Weg machen und der denkt sich, nö, ich laufe einfach. Auf ihn! Das ist ne kleine. Die stirbt mit zwei Hits. Und nochmal Fleisch. Hier geht's zur Surface. Wart mal. Wir können uns erstmal hier den Weg endlich öffnen. Oder auch nicht. Da... Da... Wir sind... Aber es geht zur Surface Area. Hilfe! Nicht den Raum fluten! War ich nicht. Ich will raus! Doch, das warst du! Ich war's nicht. Aber guck mal, die Tür ist auf dafür. Ja toll! Und dann verblutet es uns! Weg hier! Ja. Weniger trinken! Nee, man kommt hier, glaube ich, gleich hoch. Man muss, glaube ich, warten, bis das Wasser da ist, damit man dort hochkommt. Wir könnten auch die Gänge jetzt hier erkunden. Also, du kommst hier wirklich durch das Loch einfach den Halt hoch. Ja, dann klitter mal. Irgendwie will die leider nicht so richtig. Aber das ist der eigentliche Weg hoch. Aber die leider will bei mir halt einfach nicht. Aber mir will sie genauso wenig. Ich glaube, wir müssen echt einen anderen Weg finden. Aber wir kriegen halt keinen Sauerstoff. Ah doch, es waren noch zwischendrin Sachen, wo man Sauerstoff holen kann. Vor allem, manche von den Räumen sind ja eigentlich groß genug. Der Raum war auch nicht komplett geflutet. Hier, bei der Cafeteria kann man Luft holen. In manchen Gängen mittendrin kannst du auch Luft holen. Ich sehe jetzt auch erst, wie hoch die Cafeteria eigentlich ist. Aber ich glaube, jetzt haben wir die Ratten auf jeden Fall ausgerottet. Haben wir das nicht schon wohl? Da waren bestimmt irgendwo noch welche, aber jetzt sind sie auf jeden Fall alle tot, ausgerottet. Ja, guck mal, so schnell ist, äh, wie kann die Sonne hier drin scheinen? Überhaft. Die Sonne geht bei mir durch die Wand, das Licht. Ich sehe sogar die Reflektion der Sonne. Ich auch. In welche Area wollen wir? Von da kommen wir. Ja, ich, vielleicht, ne, hier war das Teil. Ich würde mal sagen, zur Storage Area, ne? Möglich, möglich, aber auch nicht. Wobei, da ist ja die Leiter, da können wir hoch. Ja, hier war doch, äh, in dieser, äh, Gang nach oben. Jetzt muss ich nur den Durchgang finden, da ist der. Ich sehe halt so gut wie gar nichts. Hier ist Cafeteria, also jetzt unter Wasser sehe ich auch nicht wirklich viel, aber immer noch gerade so genug. Hier, Generator. Hier waren wir gerade. Ihr könnt hier noch diese kaputte Leiter. Ihr könnt jetzt die Plantation hoch. Und hier ist ganz viel Schrott. Und in der Notiz, wir haben übrigens bei einer Inseln Notiz vergessen. Da können wir jetzt nichts machen. Doch, irgendwann können wir da wieder hin. Irgendwann. Ja, irgendwann. Irgendwann war übrigens die Rieseninsel, wo wir was vergessen haben. Naja, wem wundert's, die war ja auch viel zu groß. So, ich würde sagen, wir bleiben zusammen. Loading Bay. Hier haben wir ja gestartet, glaube ich, beim Loading Bay. so ungefähr. Nur haben wir da nicht den Teil hier geflutet. Aber vielleicht hat das ja irgendein Problem hier gelöst. Hier kamen wir rein. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass die Tür einfach eventuell wegen Wasserdruck oder so nicht möglich war, zu öffnen. Ne. Was ist dieses blaue Flackern? Strom. Vermutlich. Um Gottes Willen, jetzt müssen wir ich um Strom herumkämpfen oder wie? Ja, wir müssen uns von unten irgendeinen Weg suchen. Wahrscheinlich war da irgendein Raum mit Wasserdruck. Da kommen Geronimo runter. Ich hing da die ganze Zeit an dem Rand fest. Wo waren wir denn noch nicht? Hier. Ne, von da kommen wir. Ja, aber wir kommen von allen Seiten von hier schon theoretisch. Von hier aus sind wir nämlich wieder zurückgekommen. Ne, wir kamen nicht von Generator. Wir kamen von Plantation. Ja, aber Plantation und Generator sind doch das gleiche. Von hier kommen wir. Aber von da sind wir noch nicht lang gegangen zu Plantation. hier kommt uns wahrscheinlich auch wieder eine Ratte entgegen. Hier ist auch eine Leiter nach oben. Guck mal, eine weitere Leiter nach oben. Ja, und hier ist Plantation. Um Gottes Willen. Du hast schon gesehen, dass da Elektrizität ist, oder? Ja. Man kann aber durchgehen, solange kein Strom läuft. Okay, du willst da hin. Wir haben jetzt Erdbeer Samen. Wir können Erdbeeren anpflanzen. Ah, endlich. Wo hast du die denn her? Die haben hier in dem Beet gesteckt. Hier das. Hol du das Klebeband. Ich kann den Strom denn ausmachen. Ich brauch noch zwei Klebeband. Umschlag. Okay, hier ist ein Klebeband. Eins brauchen wir noch, dann haben wir es. Hab's. Okay, ich mach den Strom aus. Ja, ich will nicht geblitzt werden. Nee, Strom ist nicht raus. Die Store ist nur aufgegangen. Ich hab gerade irgendwas mit Bananen gelesen. Ich glaub, das ist so ein vier Sekundenzyklus mit den Blitzen. Da war ich dann. Da ist nix mehr. Hast du nicht hier irgendwie was von wegen Bananen gemeint? Ja, das hat der Typ gerade in der Notiz gemeint. Irgendwas mit Bananen. Hier sind noch mehr Erdbeeren zum Mitnehmen. Ja, lass mal mitnehmen. Wir haben viele Rezepte, die die haben wollen. Ja, und jetzt können wir Erdbeeren anpflanzen mit Beeten bei uns. Hier ist noch ne Notiz. Kannst du nicht mal gebraten werden statt mir? Ich werde auch regelmäßig gebraten. Die Pflanzen kann man hier abhaken. Die Pflanzen kannst du kaputt machen. Das sind Bananenpflanzen. Ich hab keine Axt dabei, das musst du machen. Wie gut, dass ich ne fast kaputte Axt hab. Ich wäre dafür generell mal eben kurz zum Fluss zurück zu gehen. Wir haben auch einen Bauplan. Ich hab irgendwo einen Bauplan her, ne? Ich würde sagen, es ist jetzt erstmal nicht so wichtig, dass wir zum Raft gehen. Bauplan Wasserrohr. Doch, eventuell für ne Axt nochmal eben. Meine Axt hält voraussichtlich noch ein kleines bisschen Minus. Komm mir ja nur so vor, da wird man auch kurzzeitig langsamer, wenn man geblitzt wird. Aber ist auch langsamer. Hier ist nochmal Banane. Ja, ich warte hier hinten, ne? Ja, ich sammle hier nochmal die dritte Banane, äh, die vierte Banane auf. Wir können jetzt auch Bananenbäume anpflanzen, ne? Im mittleren Beeten. Yay. Ja, lass das machen, wenn wir draußen sind. Ich glaube, für Bananen zum Beispiel brauchen wir halt auch die fortgeschrittenen Beete. Kann sein. Weil du siehst ja, in was die hier eingepflanzt sind, das sind auch fortschrittliche Beete. Vielleicht wachsen die darin auch einfach nur schneller. Könnte doch auch möglich sein. Meine Machete hält genau einen Schlag, dann ist die weg. Ich packe schon mal die nächste in meine Leiste. Wie viel Essen hast du noch dabei? Auch genügend. Weil ich habe vier Kopfgrünen, noch fünf Hai haben und vier Gemüsesuppen extra mitgenommen. Ich habe wirklich... und wir sind oben, ja. Ja, dann würde ich sagen, lass den Teiler an den Seiten öffnen. Lass den vermöbeln. Hallo? Reiß einfach den Robo an. Weil wir die auch kaputt machen müssen für Schlüsselkarten. Woher weiß das mit den Schlüsselkarten? Ich wusste nur, dass man die kaputt machen muss, aber dass man die Schlüsselkarten ist... Kann man die Teile öffnen? Nee, kann man nicht. Doch, kann man. Okay. Dann würde ich sagen, lass erstmal die Teile öffnen. Dann können wir halt wirklich an unserem Raft. Wir haben ja direkt neben so ein Ding mal nicht geparkt. Dann können wir unser Invental erlernen. Das geht sogar bis ganz nach unten ins Wasser. Guck. Dann lass mal gucken, wo unser Raft ist und da auch das Teil öffnen. Das halte ich mir erstmal für eine gute Idee. Dann können wir nämlich auch unser Invental-Fall erlernen. Wir sind erstmal alle, würde ich sagen. Ja, generell, aber bevorzugt halt das, wo unser Raft ist. Egal. Dann guck mal, hier sind auch mega viele Bäume, die du abernten kannst. Ja, einiges an Holz. Oh, guck mal, gar nicht so weit weg. Und wir hauen das zu Teils direkt auf unser Raft drauf. Das muss uns verkraften. Hier. Das zieht auch überhaupt nicht cursed aus, ey. Egal, dafür haben wir perfekt den Weg nach oben. Es blockiert, glaube ich, unsere Betten, oder? Nee. So, äh, warte mal, wenn wir den Bauplan haben. Der Hai greift gerade irgendwo an. Ich, ich sehe ihn nicht. Wir können jetzt Wasser auch bauen. Das kostet, sobald ich es gesehen habe, nur, ja, da brauchst du nur vier Schrott. Ja, aber lass es erst mal. Ja, aber später. Dann brauchen wir das Teil nicht nachfüllen. Zumindest nicht von unserer Schwarte aus. Ich kenne dich halt. du craftest solche Rohre immer direkt, sobald du sie bekommst. So war es auch bei den anderen Rohren für Biokraftstoff. Da ist kein Wasser mehr drin. Ja, einfach zum Haben. Die haben kein Wasser mehr gehabt, unsere Viecher. Das ist das, was sich tatsächlich verbraucht. Da kannst du nichts gegen machen. Die brauchen halt Wasser. Die sterben sonst. So, ich hau mal die Erze, die ich da drin gefunden habe, mal da rein. So, hier, drei Erdbeersamen haben wir nur bekommen. Ja, äh, können wir eine fortschrittliche bauen? Ja, im Prinzip sollten wir. So, eine ist gebaut. Was? Viel Spaß mit Erdbeeren. Da kann man sogar vier drinnen anbauen. Das ist die mittlere Anbaufläche, ne? Ja, die hat sogar doppelt so viel wie, äh, die ist doppelt so viel wert wie eine normale, ne? Wie meinst du das? Die hat vier Felder statt zwei. Das habe ich doch gesagt, dass die mehr hat. Wahrscheinlich auch. Tatsächlich können wir ein paar, äh, ich hier von den Rohren machen. Zweimal Rohre im Paket hier und dann mache ich noch ein paar Nägel aus einem Paket hier. Zu den Erdbeeren. Was war das denn jetzt für ein Rumpeln bei mir? Ah, und die, äh, und die kann man dann hier hinten an das Gerät anschließen, was du hier gebaut hast. Junge, woher wusste ich, dass du die Rohre direkt verhaftest? Weil wir, äh, nur Schrott brauchen und wir Überschuss an den Schrott haben. Wir haben trotzdem noch kein, keine Möglichkeit, die Rohre zu benutzen. Ich hab sie, äh, ich hab doch nur unser Schrott weggemacht, damit wir wieder Platz in der Kiste haben. So kann ich, äh, das ruhig auch eben kurz da einfach hinklatschen. Ich sag's mal so, die eine Kiste hier hinten, da sind auch die anderen Rohre drin. Da kann ich doch genauso gut reinpacken. Ein Wasserrohr hätten wir so oder so da dran packen müssen. Also macht das jetzt auch keinen Unterschied. Ja, aber wir haben trotzdem noch keine Möglichkeit, das irgendwie aufzufüllen. Also waren die Wasserrohre halt wirklich absolut nutzlos aktuell. Warum baust du diese Bananen denn hier an? Weil ich nicht weiß, ob wir dafür die großen Anbauflächen brauchen oder die kleinen. Du brauchst die großen offenbar. Weil ich konnte sie nur in der großen anbauen. Ich kann jetzt auch direkt überprüfen, ob man die nur in den Fortgeschrittenen bauen kann. Nee, du kannst die in alle bauen. Dann sind die Fortgeschrittenen auf jeden Fall auch schneller und halt je nachdem können die auch mehr fassen. Ja, ich denke mal halt, dass die wirklich einfach nur schneller sind. Die großen. Also bei den normalen, bei den mittleren sind es auf jeden Fall mehr Flächen. Wenn es bei den kleinen genauso ist, dann brauchen wir eventuell nicht mehr so extrem viele um die Bienenstöcke herum. Vielleicht reichen dann zwei von diesen fortschrittlichen. So, zwei Titanen jetzt habe ich noch. Wo bist du eigentlich? Ich bin gerade oben in der Stadt rund um unser Tor noch so ein bisschen am rumlaufen. Ach, guckst du noch nach Eingängen? Ja, eher gesagt, ich habe hier gerade einen Roboter platt gemacht. Mann, er konnte doch nicht ohne mich. Ich habe hier noch gar nichts erkundet. Ich bin durch einen, ich bin hier durch einen Straßentunnel gegangen und habe einen Roboter gesehen und den getötet. Viel weiter bin ich nicht vom Tor weg. Ah, hier ist noch ein Roboter. Ich weiß zumindest jetzt auch, dass direkt bei unserem Eingang auch noch ein Roboter ist. Da ist das Fleisch, das ich besucht habe. Aber meinst, meinst du, wir hätten die Teile? Wollen wir mal, ich schwimme mal rum und gucke mal, dass ich einen Teil einfach mal aufschieße? Kannst du ausprobieren, aber ich denke mal, dass es nicht geht. Weil sonst hätten wir ja unten uns das komplett sparen können. Wir können sonst nochmal ausprobieren, ob wir es von innen aus aufschießen können halt. Na, das würde ich eher machen. Vor allem, weil du dann eher den Pfeil zurückkriegst. Ein Pfeil ist jetzt nicht so teuer. Da kann der sich über ein Rohr aufreicht. Du sagst auch selber immer, Pfeile können wir eh problemlos neu machen. Nicht seitdem sie Metallbahn geworfen. Der Hai ist tot. Der ist mir gerade gefolgt und nicht mal letztlich so weit vom Raft entfernt, dass es nicht üblich für den Hai, dass er sich so weit vom Raft entfernt. So, gleich habe ich die Titanenbahn auf jeden Fall fertig geschmolzen. Okay, von außen scheint es zumindest nicht aufzugehen mit einem Schuss. Dann gehe ich noch mal Spiel. Aber auf die Idee muss man auch erst mal kommen. Ich traue dem Entwickler wirklich zu, dass sie es den Spieler nicht zu leicht machen. schenken. Warum sind die Segel hier eigentlich komplett offen? Kann man sich doch auch gerade schenken. So, die Titanenbahnen sind jetzt soweit fertig geschmolzen. Zwei sind noch in der Verarbeitung. Und ich fahre noch mal zum nächsten. Ich gehe noch mal jetzt an der Wand zum nächsten Tor lang und nehme noch mal die Bäume auf den Weg mit. Das ist eine Glas, was ich da drin bekommen habe. Schmeiße ich jetzt einfach in die Wiederverwertung. Was ich auch lustig finde, ist, dass hier normale Bäume, wie sie in jeder Stadt zu finden sind, hier in Deutschland oder auch sonst wo auf der Welt, dass die einfach Palmenblätter geben. Glataren. Meinst du, also das ist so die gängigste, die du siehst, vor allem in Allees, wo die eigentlich gar nicht hingehören. Also für die ganzen Bäume, die hier oben sind, reicht eine Metallachse bei weitem nicht. Da brauchen wir zwei bis drei wahrscheinlich. Wenn wir alle Bäume mitnehmen wollen. Also ich bin jetzt weitestgehend clean mit meinem Inventar. Bist clean? Ich wusste gar nicht, dass du solche Probleme hattest in deinem Leben. Bist du jetzt clean mit Mein Inventar hatte solche Probleme. Sollten wir sicher teilweise noch eine Axt Quatsch Ich habe die Möwe da im Sturzflug ankommen sehen. Ich überlege gerade ob wir eventuell sogar noch eine Axt mitnehmen sollten. Ja definitiv. Okay wir haben nur noch zwei Erdbeersamen. Nein wir haben Erdbeeren verloren. So ich wir können bald keine Erdbeeren mehr anpflanzen. So ich habe mal drei Echse gecrafted. Komm mal her zu den komischen Bananen Pflanzen. Da ist die eine wirklich schon größer als die anderen beiden. Meinst du die hier? Ja Die habe ich ein bisschen früher gepflanzt als die da. Da hatte ich die anderen Bäume noch nicht abgebaut. So ich habe hier fünf Echse dabei. Das sollte eigentlich reichen hoffentlich. Wenn es Metall Echse sind auf jeden Fall. Ich nehme auch direkt gerne nochmal wieder welche. Also zwei kannst du mir abgeben. Ja ich packe sie die eben in die Kiste weil ich will eben noch eine Vogelscheuche basteln. Weißt du was? Reicht eh nur für eine. So Vogelscheuche steht. Arschloch steht auch wieder. Nein! Oh ich dachte schon. Oh ich treibe hier ein bisschen. So So dann gehen wir jetzt erstmal direkt wieder einen Roboter zerlegen. Können auch die Bäume hier mit nehmen. Oder wir gehen erstmal hier in den Tunnel und zerlegen den Roboter der direkt in der Nähe ist. Kann es sein dass die respawn? Nö. Komm her Mr. Roboto. Der sieht so friedlich eigentlich aus. Aber wir müssen sie kaputt machen. Damit wir hier in solche Dinger reinkommen. Ein bisschen Kunststoff. Ich wunderschöne Fahrstuhlmusik. Ich habe keine Musik. Aber ich habe Hunger. sind hier viele Räume. Über Ewigkeit dauern. Luxusapartment. Guck dir mal das Badezimmer an. Oh guck mal hier brauchen wir sogar die Machete für. Hier um die Tapes wegzumachen brauchten wir die Machete. Ah guck mal dann brauchen wir ein Tresor. Exklusives Pulver und Titanerz zwei Stück. Ein Klebeband hier? Guck dir dieses Luxusbad an. Ja wie reich waren die denn? Reich eine ganze Marmor Badewanne. Aber da drin kann ich schlafen. Ich auch. Das ist größer als mein Bett. Hier ist nochmal Kunststoff. Oh ich sehe den Parcours. siehst eine Seilrutsche. Ich sehe Parcours. Ich sehe auch eine Seilrutsche. Okay wir wollen hier definitiv glaube ich nicht runterfallen. Nee glaube ich auch das könnte wehtun. Ich bin übrigens jetzt auf dem Haus wo die Seilrutsche lang geht. Ja ich habe es gesehen. Das sind eigentlich auch nur Striche. ist der Sprung knapp. Warum ist der Sprung so knapp? Autsch du musst von der Seilrutsche an die andere Rand springen. Geschafft Aua ich werde einem Roboter vermöbelt. Ich habe es hier hoch geschafft ich bleibe hier oben. Ja ich werde sterben. Wo bist du denn? Du darfst also eh wieder ich bin unten auf dem Boden aufgeklatscht und wurde direkt von einem Roboter vermöbelt. Ich glaube ich weiß sogar wo du liegst. Ja weil der Roboter dort gerade friedlich lang läuft. Genau dort bin ich. Ich weiß nicht wie ich in Ruhe und Frieden zu dir runter komme. Runterspringen und dann hochheilen. Ah da muss ich runter. Okay Komm ich hier rein? Okay ich habe zumindest ohne Schaden runter geschafft. Ich schieße erst mit den Roboter kaputt. Und hier oben greift er mich glaube ich nicht an. dann zieht in die ewigen Weiten. Der läuft drunten. Okay der geht wirklich weit weg. Ich weiß halt nicht wie ich die Distanz jetzt berechnen muss. Sag mal wo willst du hinten? Der läuft einfach nur seine Strecke ab. dadurch dass der halt da ist wo du ihn nicht treffen kannst und du ihm trotzdem Schaden zufügst läuft einfach eine Strecke ab. einer ist tot. Nö also ja jetzt. Ah du guckst das jetzt gerade im Steam an oder wie? Naja aber sonst bleibt mir nichts dadurch dass ich von dem Roboter vermöbelt wurde. Ich weiß wo du liegst. Das reicht ja. Der Roboter kam halt wirklich direkt an nachdem ich vom Hochhaus runter gefallen bin. Das fand ich nicht nett. Das Ding ist da oben war nichts. Da war wirklich gar nichts. Also wir sind eh umsonst da lang gerübt. Aber schön zu wissen dass sie rüberspringen müssen. So war es mal eventuell kann er mich auf dem Auto nicht treffen. Ach er ist tot. Ja ich habe ihn auch 3 Hits reingehauen und der vierte hat nicht mehr getroffen. Den vierten Hit habe ich verfehlt und bin deswegen drauf gegangen. Warte ich höre einen Roboter in der Nähe. Kann es sein dass die wieder aufwachen? Vielleicht. So guck mal du bist direkt bei unserem nachgestorben ich muss nicht weit laufen. Das ist eine positive Geschichte. das ist dein Bett. Ich will nicht in Sunny's Bett aufstehen der eh irgendwie nicht mehr spielt habe ich das Gefühl. Doch der kommt immer auch screen dazu. Wir sind gerade angekommen du dreckiger Sack. Und wofür ist er auf screen dabei? Er will einfach nur die Achievements haben. Nee ich lasse ihn nur den Charakter reinsammeln und danach geht er wieder. Ich frage ihn ja auch jedes mal ob der mitmachen will. Der reagiert halt noch nie. Ich gehe wieder hoch. Warte da oben waren zwei Metall jetzt die packe ich noch eben kurz in die schmelze. Ich habe noch dabei. Ja die Roboter wachen wieder auf. Okay es bringt also nix hier um zu nieten wenn nur als Selbstverteidigung würde ich sagen. Und wenn es Roboter sind die wir noch nicht umgenietet haben für die Keycards. Ich wäre halt auch dafür bevor wir gehen auf jeden Fall die ganzen Bäume hier zu fällen. Eventuell auch so nebenbei damit beginnen. Weil das ist doch ultra viel an Holz. So viel Holz findet man auf keiner anderen Inseln. auf jeden Fall. Ja dass einer dann hier die Bäume fällt während der andere auch hält nach diesen Robotern. Also die Tür die ich random geöffnet habe scheint direkt schon die richtige gewesen zu sein. Wobei ne da sehe ich noch eine rote Tür die man öffnen kann. Aber es gibt nicht so viele Türen hier die man öffnen kann. Ja das war da oben das Auslos Problem also da greifst nur noch unter die Nase ey. Was ist denn mit diesem komischen Kuchenschild da was so aufblinkt? Hier ist nochmal wieder eine Tür gewesen. Hier kann ich jetzt auf die vierte Etage anstatt auf die achte. Ja ich spring einfach über dich drüber. Was sagst du jetzt? So hier vorne habe ich den Roboter jetzt auch einmal umgenietet. Alter wir nehmen hundertprozentig das Holz hier mit. Wenn es zwei Stunden dauert. Oh lol was ist denn das hier? Eine Wending Maschine. Hier kriegt man eine Ausrüstung her. Oh hier gibt es ein Klavier das will ich haben und einen Kassettenrekorder. Dafür braucht man irgendwelche Spezialmünzen. Vielleicht findet man die hier aber yo ich bin ich kann hier also ich glaube ich habe hier auch wieder einen weiteren Weg gefunden in einem Haus. Wie wäre es wenn wir gemeinsam erkunden? Ich weiß nämlich nicht wo hier ist. Von unserem Raft Ausgang nach rechts. Dennis war so ein Barbier Shop gewesen und da ist auch gegenüber direkt das Haus in dem ich bin. Sie ist ein Barber? Äh 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 Neh Das ist ein anderer gewesen. aber hier ist ein Tor das mache ich mal eben kurz auf. Ich glaube also du musst halt von dem Ausgang wo wir zu unserem Raft kommen halt nach rechts lang. Er versucht dich mal in so nach Riesen Stadt zu orientieren. Ich habe dir eine genaue Weg Beschreibung gegeben. kannst dich jetzt nicht weiter beschweren dass ich schlechte Weg Beschreibung die haben ich bin in der Main Street falls du mich suchst in der Partisan hier runter Ja ich sehe dich halt da oben nicht Seaside Barbie ist das Haus Nummer zwei Oh cool der trifft mich hier nicht der Robo Dreckiger Ich weiß nicht ob dir das jetzt weiter hilft was ich hier an Infos rausgehauen habe aber da wo du das Tor geöffnet hast da musst einfach nur den nach rechts lang laufen also wenn du raus aufs Meer guckst nach rechts von dem wo du geöffnet hattest weil ich sehe deine Weg Beschreibung meine Weg Beschreibung scheint dich wieder nicht zu interessieren Ah hi hier lang deswegen bin ich dafür dass man gemeinsam unterwegs ist da oben ist es drauf und hier ist der barbier shop den ich meinte ja es gibt mehr als einen barbier shop das das wusste ich vorher bevor ich die beschreibung gegeben habe aber noch nicht außerdem habe ich dir trotzdem eine gute beschreibung gegeben und zwar von in diesem raft aus in eine bestimmte Richtung so hier rein die andere seite da kommen wir aufs dach ach hier ist wieder tape du hast eine heilere marie den mach du mal hier ist auch wieder so ein luxus bad und hier ist ein tesor drin leder glas und bolzen glas schmeiß ich mittlerweile einfach nur noch in die verwertung weil wir davon genügend haben wenn du jetzt rüber auf die andere seite kommst gehen wir durchs schlafzimmer auf hier ist noch ein klebeband im hinterletzten eck doch eventuell brauchen wir das irgendwo nochmal und hier geht du kannst hier ja sonst nochmal gucken vielleicht habe ich irgendwas übersehen warte ich muss mich waschen ich wasche mich gerade raus ich wasche mit hier ist sogar die seife zum waschen ja die habe ich leider vergessen guck dir mal den spiegel an der sieben jahre pech der dude oder das das und hier geht es raus so dann heißt es also wieder seilrutschen action es heißt erstmal wieder parkour laufen und diesmal kommen wir sogar glaube ich auch nochmal hier kommen hier kommen nicht durch durch die türe aber aufs dach kommen hier ist wieder schrott schrott in die saaten koffer sind das interessanteste was du finden kannst zusammen mit den personen hier ist hier ist ein richtig großer schrott haufen und eine kiste mit richtig viel schrott wieder und es ist ein rezept rote melone schmeiße ich weg haben wir schon ja rote melonen saft haben wir schon das habe ich jetzt schon zum dritten mal gefunden so nicht irgendwo runterspringen wir wissen ja dass das der tod ist ja ansonsten scheint hier nichts zu sein warum höre ich das dreckstigen von hier oben aus wie laut sind denn seine scheitreise wir können hier drüber auf das dach noch raufhüpfen ich glaube zwar nicht dass wir hier was finden aber man kann ja mal gucken wenn du das möchtest ich gehe nach unten über den ich bin schneller gewesen ohne fahrstuhl und habe keinen schaden genommen ja ich kenne mich ich hätte den sprung verkackt ich habe keinen einzigen sprung gemacht man wissen will warum ich den sprung verkackt der braucht sich einfach nur die mario backers teams angucken da habe ich letztes so hart reingefällt mit den sprüngen wenn wir hier auch wieder ein paar mehr bäume weil es viel zu viele gibt wir müssen die vegetation hier mal ein bisschen auflichten findest du auch oder also ich würde die ganzen bäume einfach nur ernten und einmal eben kurz weg bringen allein das ist ja eigentlich schon komplett volles inventar vielleicht sogar eine weitere kiste in der stadt gibt es ja auch nochmal welche achte kacke ja aber da muss einer halt wache halten wegen den roboten hier am rand scheinen ja nicht zu sein sag das nicht ich will mal übrigens gucken ich gucke mal eben kurz von tanga rohe in die notes ok hätte ja sein können dass sie hier auch so eine map bekommen okay nee wir holen definitiv nicht jede bäume hier da brauchen wir noch viel mehr extra als wir haben komm mal zu mir warte den fähre ich noch zu ende nicht nur dass wir noch einmal den rest außen rum machen müssen aber guck mal wie viele bäume da sind warte das sieht noch von da so viel aus 12345 hast du gerade auch irgendwie bock auf so richtig geilen burger ich hatte heute griechisch in soweit ich hätte gerne so bock auf den tschiburger hoffentlich gibt es ein bürger rezept es gibt hier nur so ich will einen burger macht auf ich hab hunger also ich werde definitiv nicht alle bäume hier fällen das sind viel zu viele hier ist auch noch mal eine tür zum öffnen hier beim burger laden ich habe einen roboter kommt zu mir den können wir morgen der hat noch eine keycard am rand wieder weitergegangen da kommen wir zurück ich habe ihn gebäude zum eingehen gefunden nee komm du jetzt erstmals zu mir hier ist den roboter den müssen wir bullien hier ist auch noch mal eine tür ja ich habe einen weiter noch eine tür gefunden also erst hier und danach einmal um das gebäude rum das auch noch mal eine tür hier ist auch wieder etage acht das heißt da wahrscheinlich eher seil rutsche das heißt ich muss mir meine selbe schmerzen gut die entscheidung die macht hälfte ich gehe links gucken hier ist eine ratte bei mir kommst du her das ist sogar eine große meine ein hit geträgt respekt also ich hoffe sich schon mit null hits besiegt alleine aber guck mal da dritten können wir auch raus auf den balkon weißt du warum ziehen wir nicht eigentlich einfach hier hin statt auf dem fluss weiter zu bleiben da gehen wir gleich über das erstmal die wohnung hier kunden ich weiß da wird vermutlich weiter gehen auf deiner seite wird auch detail traum sein ok das badezimmer ist richtig das badezimmer ist richtig below bei mir das bade auch hier ist klebewand das badezimmer bei mir auf der seite hat nicht mal eine dusche also wenn man richtig geschickt ist dann könnte man das hier obwohl nicht wird man nicht hier ist eine decke nee guck erstmal nach oben du entscheidest dass ich hier nicht hoch kann ja dann mach mal da oben ich bin ich nicht um wer hat das entschieden soll ich dir übrigens was erzählen man kann auch auf der anderen seite hoch ich weiß aber ich muss sagen wer hat das entschieden dass man hier nicht hoch kommt nicht der entwickler ja wenn spieler wollen können sie alles schaffen ich weiß du könntest auch so eine endliche rampe machen und die geht am ende hier durch die basis also es gibt sogar jemanden der hat eine rampe bis ganz nach oben in den tanga in diesen komischen blöden turm halt hoch gemacht ja guck dann hast du ja doch videos hier zugesehen ich wusste es ja wie jemand einen turm hier hoch gebaut hat und wie jemand raft glitches benutzt also glitched rafts baut und sowas ja hier scheint ja weiter sonst weiter nichts zu sein kann man hier rein ach verdammt ich bin der etage zu tief gefallen okay ich komme gleich wieder hoch ja mach mal ich sähe mich gerade ab ach hier ist noch eine tapetür habe ich doch gesagt klebeband was für ein klebeband habe ich hier jetzt geöffnet der roboter ist wieder hier ich muss mal abhauen vor dem ja bringt ja nichts denn nochmal zu töten die roboter kommen nicht in die gebäude gut zu wissen hier hast du die fasche gerade wieder hochgeholt ist es dein ernst nein ich habe das im stream gesehen du kannst nicht du kriegst gleich eine wachete ich werde jetzt sowieso meine lebensentscheidungen bereuen hat funktioniert naja du bist aber eine etage zu tief würde ich sagen es geht hier trotzdem rein ich weiß ich weiß ich ich gucke mal ob dich eine etage höher auch treffen kann und ich bin eine etage über dir aber passt doch dann können wir beide etagen da wo ich gerade drin bin hätte man sich rein hacken müssen ich bin offenbar auf einen ungewollten weg hier reingekommen ja weil du zu schlecht für den sprung warst oder nicht vergiss was ich gesagt habe man soll hier so rein hier gibt es sogar ein fahrstuhl das heißt für deine ebene gibt es auch ein fahrstuhl vermutlich ich habe die seilrutsche ich glaube wir sind in dem gebäude was ich gerade eben gesehen hatte wenn wir jetzt auf nur gehen sind wir wahrscheinlich genau da wo ich geöffnet hatte ja ich habe den fahrstuhl schon mal gerufen weil bei mir wahrscheinlich jetzt leer ist und ich dann hochkomme ja hier oben ist die seilrutsche hier geht es weiter aber erstmal gucke ich ob ich mit meiner vermutung richtig liege ob das jetzt genau das haus ist weil wenn ja dann müsste ich jetzt insta den burger laden sehen der müsste da erstmal eine verschlossene tür sein nee die tür ist offen weil ich habe die tür ja schon geöffnet und war deine vermutung richtig ja ist genau die tür brauchen sie also nicht noch mal abgehen so übrigens sind wir gerade übrigens ist das jetzt auch das story aus wo wir weiterkommen das ist kein loothaus mehr weil hier geht es mit der seilrutsche rüber und dann über die säulen das jump in run um gottes willen du kannst mir doch keinen jump in run antun und hier geht es halt weiter da ist nix okay dann mal in den tod im glück sind die springen nicht so knapp wie die gerade eben ich habe besteck gefunden wir können essen oh ja das ist kein besteck das ist das geschirr du dödel ich habe da mal hier auch eine gabel gesehen irgendwo habe ich eine gabel gesehen ich nicht ich habe einen fahnenwender eine ratte ich meine wenn du gedrückt jetzt machst du einen heftigen schlag hier ist ein fahrstuhl ja wenn du gedrückt hältst machst du glaube ich ne du machst eigentlich keinen unterschied verkaufsautomatenmarke ok hier ist ein balkon wo es nicht weiter geht aber hier ist auch eine automatenmarke na dann kann man da unten sachen kaufen bei so einem automaten den habe ich schon gesehen ja aber es scheint nur eine begrenzte anzahl davon zu geben dem nachzuerteilen halt ok ansonsten scheint hier nichts weiter zu sein ich gehe nicht zum fahrstuhl aber vielleicht müssen wir noch mal hoch und noch mal weiter umgucken weil es muss an sich hier einen weiteren weg geben das hat wehgetan du otto du schaffst das ich glaube an dich ich muss gerade was trinken natürlich schaffe ich das für was hältst du mich es gäbe sehr viele antworten aber ich glaube keine davon wirst du hören ich halte nur das beste von dir hier sind die automaten übrigens hier so in der mitte ich will auf jeden fall das radio und das piano versuch mich mal zu finden dafür brauchen wir insgesamt 14 münzen komm such mich ich bin bei dem haus wo wir rausgegangen sind in der nähe komm ich doch hoch ich glaube da oben bin ich auch gerade sogar drauf du bist auf einem anderen aus oder komm ja also du bist hier ich bin hier hinten gewesen ich bin hier und dann hier einfach in so ein loch rein ok könnte ich im prinzip auch ja nur du hast keinen durchgang ich schon so in der mitte sind die automaten wo haben wir denn noch nicht geguckt da waren wir auf jeden fall da oben dieser komische turm ist von innen verschlossen oh hi wie geht's denn so ja genau bleib so stehen ach du kacke ist das hier ein protziger bürgermeister gewesen hä was ist mit bürgermeister ach ich hab ne notiz gefunden wo bist du ich bin auf dem zentralplatz direkt vor dem turm hä hä hast du dann eine notiz gefunden da war ich doch gerade vor dieser blöden riesenstatue mit dem goldenen cape ach so ne da war ich noch nicht ich hab einen roboter gerade geklatscht ja hier bin jetzt auch ein roboter und du läufst zu weit und ich fäll definitiv nicht alle bäume hier das kannst du selber machen ich würde es machen dauert wahrscheinlich ein zwei stunden aber wir hätten dann auf jeden fall holz aber so viel heute wie das ist ist das bestimmt schon unsere zweite etage wie konnten wir eigentlich die notiz übersehen die ist direkt beim eingang ja dann hebt sie auf ich habe noch einen roboter gefunden der schlüsselkarte hatte ja du siehst auch wenn ich schlüsselkarten habe glaube ich weil die im schädel hängen ok ich habe noch eine tür zum reingehen gefunden wenn du bei dem turm in der mitte bist direkt auf der anderen seite wo die automaten sind am besten läufst du einfach einmal um den turm herum ja ich muss dich erstmal mit dem roboter prügeln die roboter sind so easy eigentlich ja vier schüssel mit dem bogen sind dort oder ich bekämpfe sie die ganze zeit mit meiner machete die jetzt kaputt ist ja ich versuche mir die machete aufzusparen für diese tape türen ja ich habe jetzt keine mehr ja hier bin ich hier ist eine tür das ist glaube ich sogar auch das höchste gebäude ja 12. und 4. der stock stehen zur verfügung wir gehen erstmal in den 12. das ist definitiv das gebäude wo wir auf den mittelturm rauf kommen jetzt das andere war aber auch halt schon echt hoch ich habe halt nur noch zwei metallsperre ich links zu recht ich habe ein büro mit einer ratze drin gefunden ich komme auf meiner seite war aber irgendwie nicht wirklich unsere räume sind sogar verbunden sag bloß ich kann hier jede schublade einzeln öffnen ach du kacke das ist hi guck mal hinter dir die das büro und das andere ist einfach verbunden ok ich bin hier guck irgendwie hast mich nicht einmal angeguckt bisher kannst du ja auch durchs badezimmer auf die andere seite gehen ok wir spielen auch mal den schubsadensimulator jetzt erstmal hier ist noch eine marke die war sogar in der mülltonne als ob das glaubst du mir nicht in einer der schubladen war einfach ein bogen drin bei mir war ein insektennetz drin was ist denn das für ein geiles büro vor allem was haben die in ihrem büro getrieben dass sie im bogen und ein insektennetz einfach drin haben wir haben ein bisschen ausprobiert die hatten spaß auf der arbeit ja die wollten ein bisschen jagen die wollten mitarbeiter jagen gehen vielleicht hatten wir auch einen ratten problem das bestimmt auch ich meine es war hier ich bin hier bei einer tapetür hier geht es vielleicht denn weiter also lassen wir die erstmal nochmal ich habe noch mal eine marke gefunden achten du kannst bei manchen teilen mehrere bei den schubladen öffnen ich weiß da kannten so oft mal noch ein paar mehr guck auf oben drauf lass mich raus weg fettsack ich bin nicht fett wieso kam ich dann nicht an dir vorbei weil du einfach nicht gut im prängeln bist nee ich bin zu nett um mich durchzuboxen irgendwas konnte ich hier eh drücken hier gerade wahrscheinlich war es einfach die tür ja wahrscheinlich haben wir die zwölfste etage damit fertig erkundet nee wo ist die tapetür komm mit ich bin hier warte ich war da drüben noch nicht ist doch eh alles miteinander verbunden hast du hier das ja habe ich hier ist auch nochmal im büro ich habe da schon alles abgesucht da habe ich jetzt ein sektennetz ja ich sehe deinen namen dafür spare ich mir die machete auf achten koffer vier bolzen ach gott da ist nochmal ein rezept pilzomlett habe ich hier ich habe ein pilzomlett guckst du an ich meine das haben wir noch nicht ach so du hast ein rezept das zieht aus wie ein kuchen ja das ist ein pilzomlett das ist kein omelette das hier ist auch ein hayhapfen ich habe habe ich hier auch nochmal aber das haben wir ja schon ja das haben wir schon ihr willst du das hier haben überreste das ist ja selber essen nö habe ich ja nicht selber gemacht ich habe es nicht gekocht ich habe nicht diesen miss verzapft ich esse das nicht ich auch nicht ich habe es auch nicht verzapft so dann auf den 14. Etage erstmal auf ratte gehen und den stein lasse ich höchstwahrscheinlich eine höchstwahrscheinlich garantiert ich gehe mal auf die andere Seite die ratte jagen ich guck gerade hier ist auf jeden fall klebeband aber keine ratte ist so bei mir ist eine wir kommen durchs badezimmer eh wieder zueinander wenn man baumboxen die ratten und die roboter sind eigentlich gegenseitig den ganzen tag ich habe einen biokraftstoff gefunden und du musst die türe du musst eigentlich nicht mal die schubladen öffnen du kannst auch so den loot daraus snacken wenn du es richtig machst auf meiner art oh noch mehr kleben noch ein token ja ich will auf jeden fall das piano und den kassettenrekorder halt mitnehmen man merkt wir sind also den kassettenrekorder auf jeden fall weil wir eine kassette haben aber man merkt wir sind in dem haupt gebäude wo es weiter gehen wird ich will auf das piano äh hier kann man nicht raus aber man kann nach draußen gucken klebeband hier war ich glaube ich gerade ich bin glaube ich gerade einmal im kreis gelaufen jep also ich glaube ne hier war ich noch nicht aber mein inventar ist voll verdammt okay ich glaube ich habe den weg weiter gefunden ich hoffe das sind die steine die ich da wegschmeiße steinpfeile nö lasse ich hier steine lasse ich hier die steinpfeile kannst du auch zumindest in einen der roboter reinballern ist mir jetzt egal wo hast du den weiter weg gefunden ich hier hier ist eine kaputte glasscheibe und dann kommt und ich bin runtergefallen tschau aber nicht gestorben so ich habe echt wenig schaden genommen du kannst auch runterspringen dann können wir zum raft gehen wir können dann ab da weitermachen dann gleich mit leerem inventar du kriegst nicht so viel schaden also mach dir da mal keine sorgen warte ich habe irgendwie ich habe ein drittel hp oder so nur verloren obwohl ich von da ganz oben runter gefallen bin hier oben wäre eh nichts mehr gewesen ich gucke mich aber trotzdem irgendwo muss es da aber weiter gehen eigentlich weil das ist das höchste gebäude irgendwo muss es da doch eine seilrutsche geben ich gucke gerade ob hier vielleicht irgendwo eine glasscheibe kaputt ist bevor ich hier runterspringen das können wir doch auch mit leerem inventar denn machen du kannst auch scheaten inwiefern ach so ich habe es ohne schaden runter geschafft ja ich habe so wenig schaden genommen dass ich das easy hochheile so wo ist unser waff links oder rechts rechts wahrscheinlich warum stellen wir eigentlich nicht wenden wir hier gerade eh rumstehen mal eben kurz die flächen wieder her mit dem ganzen zeich das wir hier haben weil wir nicht so viel plastik haben wie wir brauchen also wir könnten damit auf jeden fall mittlerweile glaube ich schon in eine zweite etage investieren ja weil das würde ich dann erst beim nächsten mal machen nägel und planken braucht das um schrotzen wenn es eventuell nicht reichen für heute wäre das noch für heute wäre das jetzt noch zu viel das jetzt auch noch ja ich werde sowieso auskriegen nochmal hier hingehen und die ganzen bäume fällen eventuell mache ich dann wirklich eine zweite kiste wo dann nochmal planken reinkommen bis wir das alles irgendwie verwerten können ich hätte also wir werden nie wieder holzprobleme haben so viel steht dann fest ich kann ja hier für youtube dann zumindest reinschneiden wie lange das dann bei mir gedauert hat alle bäume zu fällen ok wie es scheint müssen wir da hin wie kommen wir da hin eventuell so ok also ich guck mal vielleicht ist hier irgendwas wenn man sagen die notes eigentlich irgendwas über die straßen hier ja guck mal rein ich guck gerade ob hier irgendwas steht nee ich glaube wir haben unten sogar eine note vergessen wir müssen nach plantation area elevator wir müssen wieder zur plantation area da geht es weiter das habe ich hier nämlich gerade bei dem haus gesehen wo ich mir dachte da muss es weiter gehen weil ich da selber ansehe also ab zur plantation area ach das ist der goldene heini die du meintest ja so was hat er uns denn schönes gekocht wo bist du hin ich bin hier unten in dem loch ich bin hier unten in dem loch da gehörst du auch hin wir müssen elevator in der plantation area benutzen um in das gebäude zu kommen also müssen wir hier den elevator suchen hier unten aber ich wusste ich hab dir ja vorher auch gesagt dass dieses blaue flackern elektronik sein wird und damit lag ich richtig da hinten ist mal strom den können wir eventuell ausstellen ja den können wir ausstellen hier wir müssen alles fixen glaube ich davon deswegen das ganze klebeband wo ist denn noch so ein ding wahrscheinlich in dem einen anderen raum möglich ich gehe mal hier das hätte ich auch allein geschafft ich gehe hier rechts gucken geh du mal in anderen räumen gucken ich weiß dass ich die anderen auf jeden fall schon habe jetzt glaube ich nochmal so eine bananenbaumpflanze ja und ja hier ist elektronik ja das hätte ich allein geschafft du brauchst mir da nicht folgen ah gut die bananen sind auch gut wenn man da nicht die palmenblätter nebenbei kriegt von dem wir mittlerweile genügend haben also kriegen wir da nur holz und bananen oder wie ja anscheinend das ist wirklich praktisch aber irgendwo muss es noch einen geben ja ich habe ihn schon gefunden das war offenbar auch der letzte ja dann nochmal ein paar erdbeeren mitnehmen und noch ein bananen ding ich habe ja auch nochmal zwei bananen dinge gut dass ich die achse nicht weggepackt hatte siehst du ja auch diese plastik flasche hier durch was für eine flasche achso hier die heilige flasche aber die bananen sind echt gut wir brauchen ja nicht mehr wirklich palmenblätter habe ich das gefühl wir bauen wir dann ja eh direkt was heil hier mit dem bananen heilen die denn gut kann ich grad nicht prüfen weil die leiste eh schon mehr als voll ist Elevator ok wir müssen da lang Elevator ist hier in die Richtung tatsächlich naja ich habe jetzt nicht auf die Schäder geachtet so da ist Elevator der ist jetzt nach links hier ist auch das Rezept was du elektronische Reiniger ja wir können vernünftig reinigen warte ich suche gerade ach wir müssen eh dafür glaube ich einmal nach da hinten oder ja müssen wir da wäre Elevator aber das wäre zu einfach was ich auch nochmal machen würde das wäre dann aber auch so eine Sache die ich alleine mache eventuell mit dem Metalldetektor einmal über die Insel gehen eventuell findet sich ja was ja hier ist ein Fahrstuhl ah komm mal hier in die Ecke guck's dir an widerlich 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 ja da hat sich ja keiner drum gekümmert so ich würde sagen erstmal null ne ähm null kommen wir eh nicht raus aber wir können dann glaube ich die Tür von innen öffnen das ist nämlich die Tür die von außen nicht die von außen geschlossen war guck so wo sind wir ach guck mal die sind glaube ich sogar in der Nähe von unserem Raft ja hier in die Richtung ist unser Raft und hier geht's auch mit der Seilrützchen weiter auf den Hauptturm ich glaube ansonsten haben wir dann auch wirklich alles schon gefunden in dieser Stadt oder? ja aber ich glaube wir werden auf jeden Fall noch ein paar Tokens finden müssen oder man kann sich die irgendwie herstellen ich habe hier eine Bar zwei Tokens sind hier bei der Bar gewesen hier sind noch mehr du bist einfach nur blind ne ich habe einfach nur lass aber erstmal drinnen gucken da geht's hoch oh irgendwie bin ich fast runtergefallen okay ich bin jemanden der Parcun noch schlechter kann als ich warte ich bin nicht runtergefallen außerdem habe ich einfach nur nicht richtig hingeguckt gehabt nein mein Speer ist kaputt wie gut dass ich den zweiten habe falls du willst ich habe noch einen Bogen für dich oh 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 happy birthday warte ich konnte hier irgendwo eh drücken Verkaufsautomaten Tokens waren da einfach als Geschenk also ich nehme mal das Geschenk und das hier und das ich will alle Geschenke da sind garantiert Tokens drin 14 Tokens haben wir übrigens na komm mal dann können wir uns die beiden Sachen die ich haben wollte auf jeden Fall schon mal holen Piano und den Kassettenrekorder können wir uns jetzt beides holen ich werde unser Pianist werden okay dann gehen wir mal hier raus aber wir werden wahrscheinlich momentan keinen Platz haben für das Piano aber ich will es haben wenn man es schon sich billig holen kann naja was ist billig? ist das denn zu billig? wir müssen kein Material opfern ja und hier geht es raus aufs Dach und von hier aus gibt es Seilrutschen da ging es auch noch auf der anderen Seite glaube ich auch noch mal ein bisschen höher von hier aus kommen wir da rüber und wenn wir da jetzt noch eine Etage höher gehen Patti! man kann sie so angreifen, dass sie sich nicht wehrt hier ich will Piano spielen kann man denn? nein bam 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 aber hier sind doch bestimmt auch irgendwie Tokens auf den Tisch irgendwo, ich glaube oben habe ich gerade welche gesehen die Tokens sind auf jeden Fall die Zahlungswährung oh hier ist ein Treppenhaus das erste Mal dass ich ein vernünftiges Treppenhaus gesehen habe ich gehe schon mal hoch, guck du da unten ich habe einen Token beim Piano gefunden ne gut dass ich noch mal Interesse am Piano hatte ja ich habe mich nicht gehört hier oben war wirklich eine Münze okay ansonsten ist ja einfach mal nix ja und ich glaube auf der nächsten Ebene ist dann auch die Seilrutsche schon wenn wir hier nicht weiter hoch hier geht es noch mal hoch weiter hoch weiter geht es lieber hoch ich habe hier einen Token ja ja ach ein Koffer mit sehr viel Schrott ach jetzt hätten wir Sunny gebrauchen können als Kanonenfutter für die Roboter dann wäre ich einmal weniger dauernd gegangen ich glaube er hätte Rump in One Kurs nicht bestanden die Jump in One Schule hätte er verkackt auf jeden Fall ich hätte ihn glatt durchfallen lassen als Lehrer ich weiß nämlich noch von den Mario Maker Videos hier geht es weiter warte ich gucke mich gerade noch um höher ging es nicht ne keine Ahnung ging es nö das ist die höchste Etage auf auf damit kommen wir zum Turm jawollooo yay ich bin ganz knapp auf die Kante gesprungen du hast es noch mal das Kant gemacht ich guck gerade drum herum hier ist keine Tür dann ab die Leiter ab dafür aber wir haben 100 pro irgendwo eine Notiz vergessen weil man kriegt auch Erfolg dafür wenn man alle Notizen findet die können wir ja im Nachhinein irgendwie mit einem Video oder so nochmal suchen weil wir ja zu blöd waren anscheinend die zu finden aber wir sind ja wirklich alles nochmal absuchen für eine Notiz und den Erfolg naja mit Video ja sonst nein hoch schon mal den Fahrstuhl wow eine Etage hatte der der mit wir gehen auf null ja lass erstmal die Tür unten öffnen ja als Checkpoint und hier ist noch meine Notiz gewesen so das zeug ich packe ich auch schon mal ein und die Tür ist auf so dann kommen dann fahren wir auf Etage 2 jetzt jetzt kommst du da oben wartet ein Char das wär geil das wird wohl der Fall sein ach hast du dir jetzt eben kurz ein Piano und das andere gekauft ich hoffe es für dich ich hoffe für dich dass du auch das Piano gekauft hast ich bin der Style ich bin hier der Stylische mit dem Ghetto Blaster wehe du hast das Piano nicht gekauft du meinst das hier kannst du hier glaube ich nicht setzen ich weiß weil du dafür eine Plattform brauchst aber du könntest hier theoretisch ein so dickes Wraft bauen dass du hier oben eine Plattform hast und dann könntest du hier oben einfach wohnen wir haben das große Lager die sehen aber sehr sperrig aus vor allem hörst du diese Musik das sind die Dinger die Titan brauchen glaube ich hörst du die Musik von meinem Teil ich höre die Emergency Bridge Lounge das müssen wir halt noch machen das ist auch Teil warte mal wir haben guck mal in die Notizen die allerletzte von Tangaroa da haben wir einmal diese Trangul Street Exterio Lane Bazaar Street und Partisan Road und daneben dann noch so Symbole also im Barbershop ich denke mal da Pizza das oberste weiß ich nicht was das ist also zwei von denen sind auf jeden Fall eindeutig ja der Burger und der Barbershop ich habe nur einen Burgerladen hier gesehen äh wir könnten von hier aus auf die Kuppel gehen ich ist nicht ohne mich runter gefahren nö ich komm nicht mal mehr raus nee ich kam nicht mal wegen dir raus verdient so meinetwegen kann ich auch hier oben bleiben und du gehst das alleine gucken willst du alleine das alles absuchen also hi Roboter du lässt mich mal wieder in Ruhe du lässt mich eben nicht in Ruhe okay wir wie viele Minzen haben wir noch übrig vier der Roboter lässt mich nicht in Ruhe okay dann laufe ich halt mit ihm rum wir könnten auch diese Pflanzen einfach als Deko kaufen weil ich sehe sonst nicht oder wir könnten uns Kunst kaufen so ich geh mal zu allererst zum Burger Shop ich bin bei dem einen Bar der Barbershop auf jeden Fall das wäre eine 1 du musst du ertragen Ghoul Street nee wir erwarten Bazaar Street für den einen hier ja aber ich weiß halt nicht welches Street ich hier bin aber für den Fall der Falle können wir da auch schon mal eine 1 zwischen merken okay ich habe dieses komische Ring gefunden das ist eine 3 du musst auf die Street achten es gibt nur diesen einen und es gibt hier nirgends so ein Straßenschild warte mal ich mache mir eben kurz beim Handy eben kurz die Notiz-App auf also dieser Rettungsring ist eine 3 ein Moment der Rettungsring ist eine 1 der Rettungsring ist eine 3 so 3 die Schere ist eine 1 der Burger ist eine 8 sofern obwohl es gibt glaube ich eh nur einen einzigen Burger Laden jetzt müssen wir nur noch Trangul Street finden mit diesem komischen Symbol Trangul bin ich das ist eine 4 okay dann gehe ich jetzt wieder hoch und gebe das mal eben kurz ein das ist richtig es gibt nämlich nur einen Barbie Shop und das ist der Seaside so du kannst ruhig da unten bleiben ich werde drauf gehen weil ich gerade Hunger habe und ich von einem Roboter verfolgt werde so 4 ich habe es mir aufgeschrieben weil ich habe gedacht wir brauchen länger so laut dem Code 4 8 1 3 war korrekt jetzt wird sie losgeschickt und ich sie es von unten bei mir vibriert nicht alles warte bitte bevor du da weiter hoch gehst ich will auch man kann ja weiter hoch ich sehe hier keine Leiter glaube ich also ich sehe jetzt nichts was hier einem hilft weiter hoch zu kommen ich komme mal hoch ne hier ist nix um weiter hoch kommen weil du ja auch schon einen runter gesprungen bist oh ich habe das nicht mal mitbekommen äh auf welcher Seite ist unser raft ich springe bei unserem raft einfach ein Wasser ich bin jetzt auch hier unten aber da ist glaube ich eh nix hoch ich kann mir vorstellen dass wir hast du gesehen wo das Teil abgestürzt ist weil ich glaube wir müssen da jetzt hin ne ich glaube das ist einfach nur in den Himmel geflogen ne es ist eigentlich ich glaube es ist abgestürzt bin mir nicht sicher man kann das doch von oben sehen oder nicht das Ding war nicht gerade klein also wir müssen sowieso noch was finden was uns einen Hinweis zur nächsten Insel gibt ja und das ist in dem komischen Teil drin gewesen was wir abgeschickt haben glaube ich sicher bin ich mir nicht ich sehe auf jeden Fall unser raft ja ich würde sagen erstmal Sachen beim raft abliefern mein Inventar ist nicht so voll dass ich abliefern müsste aber ja und dann eventuell im Wasser suchen weil hier auf der Insel ist es ja definitiv nicht ne aber ich gehe trotzdem nochmal nach oben und gucke von ganz oben nochmal runter ja ich gehe schonmal zum raft der Hai kaum bin ich wieder da lässt er keine Gelegenheit aus um zu knabbern so ich werde hier runter springen hexagons und hexagons hex hex hexagons hallo ich bin hier oben warte da ist irgendwie ein Glied ja keine Ahnung bin überfordert ich vorbiege mich gleich mal dran ich gehe nochmal hoch und gucke ob da irgendwas zu sehen ist weil es muss hier einen finalen Raum geben wo wir auch die Koordinaten für die nächste Insel kriegen ja muss es das müsste das diese komische Rettungskapsel oder was das da sein soll für ein Tangaroa sein so wir haben jetzt den elektrischen Reiniger und die großen Lagerräume ja und das große Lager das braucht Titan wie viel weiß ich jetzt nicht vier aber trotzdem vergleichsweise teuer die großen Lager ja und dieser elektrische Reiniger kann am Wasserrohr angeschlossen werden dann holt sich der das offenbar einfach aus der See ja dann könnte man noch einen direkt da bei den Tieren hinbauen dann hätten die durchgehend Wasser aber nicht durchgehend Strom dafür gibt es nämlich keine Lösung wird es auch in Zukunft keine geben ja sonst wäre ja auch zu einfach die Hidram waren haben wir auf jeden Fall müssen nur Leiterplatten mal herstellen guck gerade Grundstoff haben wir auch genügend ja die Eckste die bauen sich sowieso ab sobald ich mich dran setze so elektronischer Reiniger ich würde es tatsächlich sogar so machen dass ich jetzt einfach eine Platte hier mal eben kurz wegnehme damit der elektronische Reiniger irgendwo mittendrin beim Raft ist damit der Hai das nicht direkt wegknabbern kann so und jetzt halte ich auch direkt die Wasserrohre aus die ich gebaut habe so wo muss ich die denn anschließen hier okay wir brauchen nochmal ein paar Rohre ist ja einfach nur eine weitere Batterie die wir da reinstecken müssen hm was äh ja was den Reiniger angeht ist nur eine weitere Batterie mehr ist das nicht die kann man ja auch nebenbei immer wieder laden so wo hatte ich denn die Dreckswoche die Musik die aus dem Radio kommt ist wunderschön können wir auch schon so einen Lagerraum basteln ja können wir haben schon mal eine große Lagerkiste auf jeden Fall die wird direkt aufgestellt aber erstmal fangen wir mit den äh rochen jahren wie es scheint wissen wir mit dem Raft einmal hier um Tangeroha rum fahren um das Teil zu finden weil das ist irgendwo direkt hier drumherum die Brücke das habe ich jetzt extra noch ich habe sie gefunden okay so ich nehme nochmal eine Batterie raus der Läufer hat wunderschönes im Radio übrigens das war eigentlich der elektronische jetzt wissen was der elektronische Reiniger eigentlich ist was es ist ein Staubsauger es ist einfach ein Staubsauger wo der Staubteil einfach nur im Wasser hängt und der Tank ist einfach nur an einem Wassertrack angeschlossen es sieht genial aus aber hey guck mal mit dem elektronischen Reiniger brauchen wir den anderen Reiniger nie wieder können wir da einfach so Wasser rausnehmen oder wie? ja der fühlt sich gerade und ich glaube der kann wesentlich mehr fassen als das andere Ding also der hat jetzt schon zwei Balken das geht irre schnell ich springe hier gerade über die Kuppel übrigens zu unserem Raft ja habe ich auch gemacht ich spiele hier aber wirklich gerade Spider-Man ich springe wirklich an der Seite ja das habe ich auch gemacht guck mich an ich springe an der Seite du siehst mich sogar ja genau das habe ich auch gemacht und wir müssen genau in die Richtung aus der ich komme guck hier ist unser elektronischer Reiniger wo ist der Saugstauber? hier! das ist einfach ein Staubsauger aber guck mal wie schnell sich das füllt wir brauchen den äh wir brauchen den äh anderen Reiniger eigentlich nicht mehr wir haben damit nur eine unendliche Wasserproduktion ja wir müssen jetzt nur noch vernünftig mehr und guck ich habe das auch schon hier mit verbunden hat nur ein bisschen Schrott gekostet das war echt billig tatsächlich aber damit haben wir jetzt auch unseren Wassertank den du und außerdem dafür wird es allerhöchste Zeit ich nehme jetzt mal hier kurz alles raus und ich lichte mal den Anker denn wir müssen weiter fahren ohhhh guck dir mal das große Lager von innen an ich weiß ich hatte jetzt irgendwie erst die Befürchtung dass das rumbackt weil wir da drin sind platzierst du die Motoren platzierst du die Motoren und füllst die voll und diesmal sammelst du sie nicht auf bis der Treibstoff leer ist weil sonst verschwenden wir wieder Treibstoff ich muss erstmal Inventar lehren ich habe ein wirklich komplett volles Inventar ich glaube den elektrischen Reinigerrezept brauchen wir jetzt nicht mehr ja das große Lagerrezept werfe ich auch mal direkt weg der Hai hat hier was weggeknabbert guck mal ob zwei Motoren nicht vielleicht sogar schon reichen ja reichen wenn man da drum auch rumbauen würde dann könnte man da auch so ein Biokraftstoffteil hinstellen so einen Tank und das damit dann verbinden ich guck gerade wie viel die Rohre kosten dafür ja die sind auch billig sind vier Schrott die hat man so schnell gesammelt ich würde mal sagen den ersten das erste große Lager was wir haben nehmen wir als Werkzeugkiste okay dass da unsere Werkzeuge reinkommen in Zukunft werden wir wohl eh nicht mehr so große Titan Probleme haben wenn wir denn halt eben mit dem Händler ganz viel zu tun haben werden als zweites will ich auf jeden Fall eine Essenskiste daraus machen wir haben noch ein paar Wasserrohre ne aber wir haben keinen Wassertank jetzt so gesehen obwohl doch haben wir alter der ist voll und betreibt das Tiergehege noch ne dass das voll ist der ist komplett broken muss halt nur die Batterie nachfüllen ansonsten haben wir unendlich Wasser ich würde mal sagen den alten Reiniger können wir damit dann jetzt endlich wegpacken den brauchen wir nicht mehr ich hol nur eben kurz das Wasser raus und dann ist der weg und dann brauchen wir nie wieder Salzwasser richtig weg damit tschau fortschrittlicher Reiniger wir haben den elektrischen wir brauchen dich nicht mehr aber dank für deine Dienste schade dass man solche Sachen nicht auch zerlegen kann um zumindest einen Teil der Materialien zurückzukriegen ja das wäre schön gewesen so den Forschungstisch den verlege ich mal um den werden wir ja nochmal brauchen da sehen sie die Brücke hm? wo? ach die ist ja nicht mal unauffällig und trotzdem haben wir sie nicht gesehen da sind zwei Fässer ne holst du die mal unter mir äh wie war wo? ja das andere wurde vom Sammelnetz gefunden wie gefällt dir übrigens die Laterne die ich da oben hingestellt habe dann sieht man da oben gut was ne? ich dachte da macht die sich am besten ey komm einfach weil wir es können wir haben so viele Seile wir haben so viele Seile wieso knatscht ihr denn direkt? so ist das jetzt verbunden muss ich denn die beiden Dinger miteinander verbinden? ja guck mal ich wollte das halt einfach mal gebaut haben okay wir können das ja später nochmal umsetzen dann hast du einen schnelleren Weg hier runter ja komm ist nah genug rein da dafür reicht das noch was ich am Inventarplatz habe sind ja eh gemeinsam da oder auch nicht hier geht hier geht doch mal weg hier ist nochmal ein Wassertank jaaa guck mal dann können wir das Wasser so gut lagern perfekt ich hab sogar noch ein paar Wasserrohre noch ein Tresor noch mehr Titanerz ja ich geh in der anderen Richtung rum ne ja mach's das schon ja hier muss doch irgendwo ein Hinweis liegen das kannst du mir nicht erzählen doch hier ist die Person die werde ich sowas von nicht beim nächsten Mal spielen einfach wegen dem Anzug jetzt haben wir eine Unternehmerin ganz ehrlich so sieht sie auch aus ich habe übrigens einen Hinweis gefunden der lag hier vorne aber das war auch immer aber das war auch immer nicht der Richtige anscheinend muss man da auch irgendwie nochmal rein durch die Tür wahrscheinlich von oben ich geh mal gucken warum beläschigst du die jetzt nochmal weil sie mir halt geleuchtet hat ich komm nicht hoch genug da oben ist nix da oben ist auch nix dann ist es drin vielleicht irgendetwas was wir einfach übersehen haben oder man kann von oben ah ich seh noch ne Notiz ah wir haben alle gefunden Varuna Varuna ist die nächste Insel guck mal wir haben tatsächlich alle Nachrichten hier gefunden weil ich habe ja gerade den Erfolg bekommen Feind all 19 Tango wir müssen hier wieder hier hin ich werde hier noch zu tun haben mit den ganzen Bäumen auf jeden Fall ich guck sicherheitshalber ob wir halt wirklich nix vergessen haben vor allem was sollen wir mit den letzten vier Münzen machen die kannst ja eh nur hier ausgeben glaube ich man findet auch keine weiteren weil ich bezweifelt dass sie respawn so was wir jetzt aber als aller erstes Dreck machen nein du beißt mich nicht natürlich nur 30 Grundstoffe was denn auch sonst ok ja den Wassertank können wir uns noch nicht leisten man verzieh dich aber ich würde damit sagen wir haben auf jeden Fall was geleistet heute allein schon wenn ich jetzt sehe dass wir unendlich Wasser haben ja so was die Rohre angeht ich weiß dass wir den Wassertank auf jeden Fall bauen ich überlege gerade nur eventuell dass ich die Rohre dahin baue wo der der andere Reiniger vorher war man kann die auch hoch bauen warte mal eventuell das sähe zwar ein bisschen affig momentan aus aber eventuell könnte man ja den Tank oben auf den Schrank stellen falls es geht ich verzweifle es geht aber wäre lustig ja ansonsten eventuell hier drunter was meinst du wo wir den Wassertank hinterher aufstellen sollen ich weiß es nicht also auf den will ich jeden Fall investieren wir haben nie wieder Wasserprobleme hat irgendeine Flasche jetzt noch Salzwasser in sich drin ja eine ja das ist meine ich leere die jetzt sofort das ist meine ich kriege es ja sofort zurück eh ich werde aber meine Flasche haben guck mal ich habe die Flasche gerade einmal komplett gefüllt ne guck mal wie wenig das weggenommen hat vor allen Dingen wir brauchen ja jetzt mittlerweile nur noch eine für jeden weil Salzwasser müssen wir ja jetzt nicht mehr tanken egal dann können wir mit zwei vollen Flaschen rumrennen warte wenn tun wir eine volle Batterie rein also der ist einfach nur Gold wert vor allen Dingen wenn wir das noch mit einem Wassertank verbinden könntest du mir jetzt mal meine beiden Flaschen abdrücken ich überlege gerade das kleine Lager irgendwo hin zu packen ach komm äh so hier oben ist jetzt noch ein kleines Lager da sind die wichtigsten Sachen überhaupt drin also wir haben momentan 14 Kunststoff zumindest bei mir ich habe da auch noch was reingeschmissen in die Kiste wie viel hast du? 14 warte mal schwirren hier zufällig zwei Kunststoff irgendwie rum wir können dann den Wassertank bauen bestimmt irgendwo in der Kiste eventuell also in einem hier so hi ich sehe dich doch komm her ein Kunststoff wenn wir ein einziges Kunststoff hier jetzt noch holen ne dann können wir instant den Wassertank bauen du meinst das was ich habe? du hast einen Wassertank gebaut? nö Kunststoff ich brauche ein einziges ich habe zwei ja dann gib mal eins rüber die Titanenbahn haben wir auch so eins zwei drei dann gib mal her das Kunststoff wir werden nie wieder Durst leiden müssen äh falsch das ist meine Flasche hier so meine Flasche wieder ich will meine Flasche wieder ich habe die nicht aufgehoben ich habe nur eine in meinem Inventar meine Flasche Wasser gibt sie her egal das Teil nimmt ein bisschen Platz in Anspruch egal wir können die Beete hier wegnehmen die Beete schmeißen wir denn hier einfach rein die Beete schmähte ah ich sehe schon wie das funktioniert warte mal das können wir er sammelt Regen er sammelt Regen und man kann auch was einlagern warte mal muss ich das miteinander verbinden ich hatte nicht vor das obere zu setzen ich muss das noch mal ein nach hinten setzen so das ist auf jeden Fall jetzt miteinander verbunden ich glaube nicht unbedingt dass es so funktioniert aber wenn mache ich das über den inneren Weg es ist verbunden es wird so oder so funktionieren so ich nehme mal hier die Ruhe weg die wir jetzt gerade du kannst auf jeden Fall hier in die blaue Tonne dein Süßwasser rein kippen und dann kannst du darauf halt bei dem anderen zugreifen ich glaube ich muss noch ein paar rohre basteln weil hier ich habe da jetzt ein bisschen was rein gepackt aber es scheint nicht viel mehr lagern zu können als der Sammler also mehr der kann auf jeden Fall mehr sammeln aber nicht so viel mehr dann muss das halt doch über den Weg gehen versuch mal das über Rohre zu verbinden halt versuche ich ja gerade ich 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 will auch ich will auch ja wir müssen aber auf jeden Fall noch einmal drum herum bauen damit der Heil das nicht wegfrisst wie muss ich dafür mehrere Euro platzieren oder wie warte mal nee ich müssen einfach nur 30 generell platziert sein ich glaube haben wir jeden Roboter da oben einmal geschrottet ja glaub ich schon warum ich glaube dafür gibt es auch einen Erfolg dass du alle Roboter einmal kaputt machst und wir haben dafür keinen bekommen äh ich habe noch ein Rohr übrig hier Regenrohr hahaha ich weiß das sieht hässlich aus warte mal so hier dann haben wir da noch ein Regenrohr nee also nur du hast das Achievement bekommen das ist ein verstecktes Achievement also entferne ich nochmal hier einmal weil die Rohre permanent und plötzlich sie neu bis ich es auch habe naja mach du das mal also ich will auf jeden Fall jetzt als nächstes auf diese großen Lagerräume gehen Titan ist jetzt nicht so extrem schwer zu sammeln das kriegt man das kriegt man haufenweise mit dem Metalldetektor ich will auf jeden Fall auch einmal prüfen ob da oben wirklich was ist dafür würde ich jetzt tatsächlich nochmal eben kurz an Land schwimmen Alter wir haben einfach fast eine ganze Kiste voll mit Holz und da oben wartet sogar noch einiges an Holz das ist einfach so krass ja da wartet noch eine ganze mittlere Kiste garantiert da wartet noch eine ganze große Kiste meinst du so ich will einfach nur einmal gucken gehen ich halte den Bogen bereit ja genau genau für dich okay in die Richtung muss ich dann beißt mich äh Willi Gustav egal wie wir ihn nennen Aua ich habe noch Halsalbe sollte er mich ruhig beißen dafür ist der gute saftige Honig ja da so Metalldetektor mach was ich glaubte nicht dass hier überhaupt nichts ist this goes here achievement habe ich jetzt gerade bekommen wofür break or pick up 100 Blocks also okay hier ist einfach mal gar nichts mit dem Metalldetektor dann komme ich mal wieder zurück die Bogen ist schon mal komplett gespannt ja ich würde sagen für heute haben wir auf jeden Fall einiges erreicht also unsere Wasserprobleme sind für immer weg ja komm komm nachher komm nachher wenn du nicht traust ich habe ihn umgebracht ich habe ihn umgebracht er geht hinten weg in die ewigen Tiefen vieles von dem Material was ich bekommen schmeiße ich mittlerweile einfach nur noch da rein ne so ich will mich auch einmal dran versuchen okay dreaming of the sea geht das auch mit den rechten Tasten? ne das geht nur mit den oberen ne das geht nur mit den oberen äh ich habe eine Note falsch gespielt wie fandst du mein Lied? ich habe es nicht wirklich gehört irgendwie was das angeht ist die Musik extrem leise wie fandst du mein Lied? alle meine Entchen schwimmen auf dem See haben wir auch noch ein anderes Lied? wie muss ich denn überhaupt die ganzen Oktaven spielen? also ich habe das Lied auf jeden Fall gerade einmal gespielt ich brauche ja nur vier Tasten ich habe was falsch gemacht wieder mal ach äh ich habe wieder eine falsche Taste gedrückt weißt du man hört es gar nicht mit den scheiß Motoren so jetzt wird mal Piano Musik gelauscht ich klicke das noch hin das Lied Peler frei zu spielen ne weil die auch nicht weiß ob du hoch oder tief spielen sollst ich habe es zumindest von den Noten her richtig gespielt wundert ein Genie der Musik Shining hat euch ein Lied zu seinem Besten gegeben ich kann ja mal Shift halten wie das Lied dann wohl klingt vorher Leertaste er klingt auch in der Oktave ganz schön oder nicht? in der hohen, wie klingt das in der Tiefen? ein Moment Finger positionieren ja klein doch ganz schön oder nicht? der Kauf hat sich doch gelohnt ich sehe du bist nicht sondern nicht beeindruckt von meinem Piano Künsten ich stehe gerade einfach nur hier ich bin gerade nicht mal an der Tastatur ich sitze auf dem Stuhl und habe mich nach hinten gelehnt ach so schön habe ich gespielt oh lass mich einfach in den Glauben, dass ich so schön gespielt habe, ok? lass mir diesen einen Erfolg na gut wir haben auf jeden Fall was geleistet ist heute ich würde sagen wir speichern hier jetzt ab gehen ins Hauptmenü also wir haben so viel geleistet wie sonst gar nichts wir haben es mal geschafft in einem Stream eine Insel weil wir das ja auch nicht mehr als letztes Team sagen wir mal mit fast keinem Fait fast zu schaffen der eine Fail war nur weil der Roboter auf mich eingetreten hat weil ich schon am Boden war der Fehl war das doch runtergefallen bist also ja der heutige System war auf jeden Fall lustig warum sieht man da eigentlich bei dir so einen komischen Kasten da rechts wenn ich rum das muss ich nach dem Stream gleich mal lösen ja Leute wenn das der heutige Team ist jetzt erstmal zum neuen Charakter ja stimmt den will ich mir auch mal eben kurz angucken oh ich nehme glaube ich den weiß blauen Anzug oh richtig stylisch die Frau vor allem das gelb schwarz ist stylisch Tigermuster einfach ultra geil davon schicke ich dem Sunny im Bild dann weiß er was er verpasst hat ich glaube ich habe meinen Charakter gefunden ja ich glaube ich erstmal auch ja Leute wenn es euch gefallen hat ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen es ist auf YouTube auf jeden Fall wahrscheinlich mehrere Monate später wo das Joach geladen wird auf Twitch ein Follow da lassen und ich verabschiede mich damit für den heutigen Abend also hier schon mal Ciao an die YouTuber Zuschauerschaft und später